Hallo und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtisch. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau die wievielte Ausgabe das jetzt ist. Das könnte man nebenbei vielleicht noch rauskriegen, aber ist ja auch völlig egal. Denn diesmal haben wir eben kein Special und wir haben auch keine Filmkritik. Wir haben eine reguläre Ausgabe, also so eine, wo ein jeder, das seid auch ihr da draußen, einfach mal so dran teilnehmen kann. Und wo wir dann einfach mal eine Runde plaudern über Gott und die Welt und vor allem über Themen, die ihr selber mitbringt. Und nachdem wir zuletzt ja diese Ausgabe der Deutsche Comic, ich sehe gerade zwar Ausgabe 22, in Erfurt aufgenommen haben, ist heute wieder eine Skype-Runde, eine Skype-Konferenz mit zwei erlesen Gästen für euch ready. Und wir werden heute über Comics sprechen und sind dabei mal mega dreist und klauen einfach bei verschiedenen Podcast-Comic-Podcast-Kollegen mal das Konzept. Also werden wir heute einfach mal reihrum Comics rezensieren. Da sind in meinem Fall zum Beispiel auch Rezensionsexemplare dabei, die ich gerne irgendwie mal vorgestellt hätte irgendwie. Und da bietet sich das hier super an. Und wo wir gerade dabei sind, Konzepte bei zum Beispiel auch den Comic-Cookies zu klauen, begrüße ich herzlich in der Runde den Breedstorm. Moin! Einen wunderschönen guten Abend. Nachdem wir dich zuletzt in den letzten beiden Ausgaben von den Cookies ja jetzt leider nicht hören konnten, sondern du mal einen kurzen Abstecher zum Beispiel bei den Kollegen von Das Alles gemacht hast, glaube ich. Wann ist es wieder so weit? Wann kommt die nächste Folge bei euch? Das liegt ein bisschen dran, wie schnell der Steffi mit Herrn Geschleid aufgenommen ist. Das denkt man im Laufe der Woche. Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Du hast gemeint, dass die Comics, die du heute vorstellen willst, welche sind, die du auch noch nicht dann in der Ausgabe besprochen haben wirst. Bin ich mal sehr gespannt, was du heute am Start hast. Numerelle Due, also Nummer zwei in der Runde, ist ein junger Mann, den wir auch schon mal vor Ort begrüßen konnten. Den habe ich kennengelernt, als wir diese Mit Anfassen-Ausgabe gemacht haben. Das war dann, glaube ich, Ausgabe 21. Und der junge Mann, das ist so einer, wenn du dem irgendeinen Filmtitel an den Kopf wirfst oder irgendeinen Schauspieler oder irgendeinen Comic, dann kann er dir dazu auf jeden Fall irgendwas sagen. Hi Patrick. Hi. Guten Tag. Mega laut. Hoffentlich explodieren euch gerade nicht die Ohren und hoffentlich kriegt das alles halbwegs gepegelt am Ende. Schön, dass du es geschafft hast, auch wieder dabei zu sein. Du willst mit uns auch ein bisschen über Comics reden, oder? Na klar. Sehr schön. Und du hast es dir auch schon gemütlich gemacht, wie du gesagt hast. Das freut mich. Ich weiß nicht, willst du vielleicht sogar anfangen, dir das erste Comic rauszuholen, uns mal vorzustellen, worüber du sprechen möchtest oder willst du uns erst mal lauschen, was wir so zu erzählen haben? Ihr könnt auch loslegen, also wie ihr wollt. Dann übergebe ich einfach mal ganz dreist an den Breedstorm. Mach du doch mal den ersten Comic heute. Ja, gerne. Also, es gab sich vorhin nicht allzu langer Zeit im Panini-Forum. Da ging der Tipp drum, dass man beim Anbieter namens jokers.de, die müssen wohl auch so Filialen haben in Innenstädten, günstig einige Graphic Novels bekommen könnte. Und das habe ich einfach dann mal getestet und habe einfach mal zugeschlagen. Zum Beispiel bei dem Band Besondere Jahre. Das ist von Egmont E. Harper. Das Ganze ist von Joyce Farmer, die mir nichts gesagt hat. Sagt euch die irgendwie was? Nee, gar nicht. Ich habe die gerade mal gegoogelt, den Band nebenbei. Also ich glaube, der ist jetzt hier unter anderem bei Deutschlandfunkkultur, ist der irgendwie rezensiert worden. Aber mir sagt der Name nichts. Deutschlandfunkkultur, das ist ja genau unser Level, sage ich jetzt gerade. Nein, also es ist wirklich ein sehr, sehr schwerer Hardcover-Band, den wir hier liegen haben. Für 30,90 Euro hat das, oder beziehungsweise 29,99 Euro in Deutschland hat das Ganze mal gekostet. Und die werfen den Band, ich habe vorhin noch mal drauf geguckt, raus für drei Euro. Da habe ich mir gedacht, da schlage ich doch mal zu. Das tut nicht weh, ja. Nee. Und da gab es eine Menge von der Sorte. Wie gesagt, ich habe das dann so gemacht, dass ich auf die 20 Euro gekommen bin, das auch kein Porto kostet. Also es war wirklich unglaublich, wie viele Comics die für wenig Geld rausholen. Obwohl es auch interessanterweise keine Mängelexemplare sind, die ich da gezogen habe. Also das sind wirklich ganz normale Comics, waren noch eingeschweißt. Und ja, ich weiß nicht, wie das dann mit der Buchpreisbindung ist. War mir aber auch egal im Endeffekt, weil für drei Euro habe ich diesen wunderbaren Band geschossen. Und zwar, die gute Joyce Farmer schreibt im Prinzip über ihre Eltern. Die sind auch beide vorne auf dem Cover. Die sind so, sage ich mal, um die 70 Jahre rum. Und man merkt so langsam, wie das Alter immer mehr und mehr durchdrückt. Also es geht tatsächlich dann in Richtung, die Eltern müssen gepflegt werden. Die Eltern werden immer kränker. Und um das Ganze noch zu verschlimmern, spielt das Ganze noch in den USA, wo es mit der sozialen Absicherung ja noch schlechter ist als hier. Also deutlich schlechter, muss man ja sagen. Und ja, Joyce Farmer beschreibt dann, wie sie, also im Prinzip ist es ihre Geschichte, mit der Situation umgeht. dass eben der Vater langsam anfängt, dement zu werden, dass die Mutter körperliche Gebrechen bekommt. Im späteren Verlauf der Geschichte kann man sich das vorstellen, der Tod wird ein Thema. Und ja, das Ganze ist hier auf fast 200 Seiten, etwas mehr als 200 Seiten verarbeitet. Es ist alles in schwarz-weiß. In der Tradition, wie so diese 70er Jahre Comics, sagen wir so Leute wie Safe Meet und sowas, die in den USA populär waren, dass sie, glaube ich, auch eine Weggefährtin kommen. Und ja, man merkt wirklich, wie sie das Ganze in diesem Comic verarbeitet. Man denkt jetzt natürlich wieder, oh Gott, oh Gott, ist alles tragisch und tot und so weiter, aber so ist es halt nicht. Also es ist mehr so ein liebevoller, herzlicher Comic, aber auch, wie sie sich dieser neuen Aufgabe der Pflege halt auch stellt. Und ja, also das wäre ein Comic, den hätte ich mir wahrscheinlich niemals gekauft für den Preis von 30 Euro, obwohl es die Wertigkeit, die der Comic natürlich hat, natürlich bietet. Also das ist wunderbar gemacht, der Hardcover, das ist super Papier, alles wunderbar. Bloß da greifst du nicht mal so eben zu bei so einem Ding halt. Und wie gesagt, für drei Euro jetzt diese feindfühlende Geschichte kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist tatsächlich so ein Thema, die klischeemäßig nicht so oft in so einem Comic vorkommt. Also wenn jemand an Comics denkt, der wenig damit zu tun hat, dann würde er nicht darüber denken, dass da jemand eine persönliche Pflegegeschichte oder sowas drin verarbeitet, wie es die Joyce Farmer hier auch getan hat. Das ist auf jeden Fall irgendwie schwere Kost. Das würdest du denn sagen, wer ist so die Zielgruppe davon? Ja, was heißt schwere Kost? Also wie gesagt, es ist jetzt kein Drama oder sowas. Es ist mehr ein Beobachten. Es sind auch ein paar witzige Sachen dazwischen. Ja, was ist die Zielgruppe? Also jemand, der Comic nicht nur als Spaßmedium benutzt, sondern halt ja auch alltägliche Geschichten oder sowas mag. Ich persönlich mag zum Beispiel auch Comic, also Biografien und wenn es autobiografisch wird, wenn der Zeichner was aus seinem Leben verarbeitet und so in der Art ist es hier auch. Ich habe gerade mal gegoogelt und mir die Bildersuche angeschaut. Da gibt es auf jeden Fall auch mal, haben wir mal einen guten Eindruck vom Artwork her. Ist jetzt auch alles andere als fotorealistisch, sag ich mal. Nee, wie diese 70er-Jahre-Comics, diese Untergrund-Comics, die wir aus den USA kennen, so in der Richtung ist das Ganze auch gemacht. Sie arbeiten sehr viel mit Gesichtsausdrücken und das wird besonders interessant, je schlimmer dann die Krankheiten halt auch werden. Wie so oft wollen die Eltern oder wollen diejenigen, die dann zum Beispiel dement werden, das selber am Anfang gar nicht wahrhaben und denken, es ging ja die ganze Zeit so weiter. Und es wird hier sehr eindrucksvoll gezeigt, wie der Verlauf der Krankheit dann auch sein kann. Wie man aber vielleicht auch versöhnlich damit umgehen kann. Wie gesagt, in den USA ist es natürlich schwieriger als hier mit der Pflege, ohne Pflegeversicherung, ohne eine Mindestabsicherung. also die haben da wirklich ganz schön zu kämpfen mit dem Ding. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine, das du liest und es versaut dir den ganzen Tag oder so, weil es auch immer wieder schöne und auch lustige Momente in der ganzen Geschichte gibt. Ja, cool. Auch gerade so für drei Euro. Ich finde das immer mega krass. Also dieses Jokers-Prinzip so richtig verstanden habe ich es nicht. Und du hast jetzt auch die Buchpreis-Bindung mal angesprochen, wie das funktionieren kann, gerade wo du jetzt auch keinen Schaden erkennen konntest. Der ist ja manchmal echt minimal, aber ich finde das schon bemerkenswert, wie das geht mit dem Preis. Also ich vermute einfach, speziell Egmont hat natürlich viele Sachen jetzt dabei gehabt. Es gibt noch andere Verlage und ich glaube, die haben einfach die, die wollten auf der Graphic-Novel-Reihe oder Welle ein bisschen mitsurfen und haben dann vielleicht ein bisschen viel produziert. Und das ist das auch irgendwie, ja, es gab auch andere, ähnliche Konzepte. 2001 ist auch so eine Firma. die zeitweise auch Comics angeboten haben, wahrscheinlich aus, die noch übrig waren. Ich meine, andere schreddern sie, wenn sie ihre Lager leer beräumen müssen und ich persönlich finde das so natürlich besser. Wie gesagt, auch ich habe noch einen Comic von denen, zu dem ich später kommen werde. Den hätte ich mir so gewisslich auch nicht gekauft bei dem Cover, aber dazu später. Dazu später. Bei dem Thema Vulkan hat direkt zugegriffen, muss man dazu sagen. Ja. Das ist, man traut sich da vielleicht auch nicht ran, so direkt. Das ist halt auch ein Thema, was gerade, wenn man jünger ist, will man es vielleicht auch so ein bisschen verdrängen, dass das irgendwann kommen kann. Bloß, wie gesagt, nicht jeder hat Kinder, aber jeder hat Eltern. Und früher oder später kommt das auf einen zu. Das ist halt so. Ja, mega. Kam auch 2015 schon raus, also interessant einfach. Für drei Euro kann man auf keinen Fall was falsch machen. Ja. Ich werde es entsprechend auch verlinken. Ich würde mir mal ganz knallhart erdreisten, hier mal so Affiliate-Links reinzuballern und wo dann so ein paar Cent bei rausfallen für die Refinanzierung dieses Podcasts. Und dann könnt ihr das kaufen bei einer großen Online-Plattform, die ihr alle kennt oder eben einfach mal im Comicladen eures Vertrauens beziehungsweise bei Jokers. Aber da wird es jetzt wohl wahrscheinlich nicht mehr vorrätig sein, schätze ich mal. Doch, in der Tat. Ich habe extra vor der Sendung nochmal reingeschaut und da ist noch so gut wie alles zu haben. Sehr schön. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Schade für deinen Affiliate-Link, aber drei Euro oder 30 Euro, ich glaube, das überlegen sich die Leute. Ja, ist richtig. Aber falls ihr vielleicht was anderes bei diesem großen Amazon-Händler da kaufen wollt, dann könnt ihr den Link trotzdem benutzen. Aber pssst, ne? Genau. Ich quetsche mich da jetzt einfach mal rein mit dem nächsten Comic, den ich hier am Start habe. Und zwar würde ich gerne heute über etwas sprechen vom Verlag Edition Moderne. Und das ist, wurde mir eben zur Verfügung gestellt. Das habe ich gekriegt von dem Verlag Digital. Das ist ein Comic, der ist jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Monate auf dem Markt, das wurde auch schon ein bisschen besprochen, ist von, okay, jetzt will ich hier nichts durcheinander bringen, Mana Nayestani und trägt den Titel Die Spinne von Maschat. Und im Endeffekt ist das eine Aufarbeitung in Comic-Form einer Dokumentation. Es gab hier eine Dokumentation namens End Along Kamea Spider von Marzia Bahari und das ist quasi eine iranisch-kanadische Journalistin gewesen, die in diesem kleinen Örtchen Maschat jemanden interviewt hat. Und zwar hat die nicht irgendwen interviewt, sondern einen Mörder. Das spielt also in der arabischen Welt. Dieses Städtchen liegt im Nordosten des Irans und ist wohl die zweitgrößte Stadt des Landes und kurzum ist also verhältnismäßig groß und zeigt eben so Ausschnitte aus der muslimischen Gesellschaft in dieser Stadt. Und was macht die eigentlich? Worum geht es in diesem Comic? Die ist eben Journalistin, die hat jetzt die Möglichkeit da diesen Mörder zu interviewen. Was hat der Mörder eigentlich gemacht? Dieser Mörder, dessen Namen mir gerade gar nicht einfällt, hat Prostituierte getötet. Er hat es als seinen göttlichen Auftrag irgendwie verstanden, wahrgenommen, diese Prostituierten zu sich in die Wohnung zu locken, hat sie dort getötet und danach hat er die Leichen entsorgt. Man sieht den Tötungsakt jetzt in der Form gar nicht, darum geht es auch gar nicht. Es spielt eigentlich ausschließlich schon nachdem schon klar ist, dass der Typ die getötet hat. Der ist bereits also in Haft und sie, die Journalistin, möchte jetzt eben den interviewen. dazu muss sie sich eben mit dem, mit so einer Art lokalen, ich sag mal so einer Art, was ist das, ein Verwaltungsleiter oder vielleicht sogar eine Art Bürgermeister, ich kenne mich da jetzt gerade gar nicht so aus, muss sie das quasi erstmal beantragen und sie selbst, das ist immer auch bemüht, dann in diesen Interviews oder wenn sie dann da vor Ort ist und dann eben dieses Interview erbittet, schön ihr Kopftuch zu tragen und das alles schön eng zu schnallen, dass man halt ja kein Haar sieht, aber sobald sie das Büro verlässt oder an die frische Luft geht, dann reißt sich das Ding vom Kopf und raucht erstmal eine, ist also glaube ich so für sich eine ganz entspannte Muslima, die das alles nicht so eng sieht und genau, die will den Typen halt eben interviewen und dann dabei sehen wir halt, wie sie einmal so einen Kameramann hat, dieser Kameramann, die kompletten Interviews, die sie dann mit ihm führt, werden eben auch aufgenommen, das sehen wir zum Beispiel, wir sehen ausgiebigste Gespräche mit diesem Mörder, der natürlich auch seine Motivation erklären will, er sieht überhaupt nichts Falsches in dem, was er getan hat, denn für ihn ist das aus moralischen und religiösen Gründen selbstverständlich, dass diese Frauen nichts in seiner Stadt verloren haben und das ist übrigens auch eine Sache, die, wenn man sich dann mal die Nachbarschaft, die später auch vorgestellt wird, anschaut und die Leute, die so quasi das normale Volk darstellen wollen, ja und ein Stück weit sogar selbst die, ja ich sag mal offiziellen Organe, die hier irgendwie eine Rolle spielen, die haben dem Grunde nach auch gar kein Problem damit, dass er diese Prostituierten loswerden will, weil die auch denen nicht so ins Konzept passen, was die allerdings nicht für einen Ort, also nicht gut finden, ist, dass er dann selbst da den Richter spielt und dann da einfach eine Grenze überschreitet, die geht zu weit, ja und genau, das fand ich ganz spannend, auch was mir persönlich noch wirklich vielleicht sogar das das Beste am ganzen Band war, wo ich persönlich finde, da hätte man viel viel mehr draus machen können, eben gerade weil die Handlungen rund um den Mörder und seine Motivation dazu, die ist aus meiner Sicht nach wenigen Seiten eigentlich vollumfänglich erzählt, was dann folgt, sind häufig nur noch Aufgüsse von dem aus verschiedenen Perspektiven, was mir allerdings sehr gut gefallen hat, ist dann, wenn es darum geht, dass die Journalistin Interviews führt mit dem Sohn des Mörders und seiner Frau und gerade der Sohn, der da eben mitkriegt, als er plötzlich nach Hause kommt, dass sein Vater da von den Polizisten verhört und mitgenommen wird, wenn er noch rauskommt, was der Vater gemacht hat und er das so versteht und realisiert, das ist schon echt krass, wie er, was er dann so träumt und wie er sich verfolgt fühlt, wie er so quasi die Blicke der Nachbarschaft wahrnimmt, die alle so, hier guck mal, der Sohn des Mörders mäßig irgendwie was tuscheln und er kriegt das alles mit und er fühlt sich total unter Druck gesetzt, weil er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht weiß, dass sie das per se gar nicht schlecht finden, was sein Vater gemacht hat. Das persönlich fand ich viel spannender oder auch die Leben, die gezeigt werden von den Prostituierten, die sind natürlich über weite Strecken, auch hier in diesem Comic, in dieser Graphic Novel, sind die natürlich irgendwie drogenabhängig und rauchen Crack, dass es also da auch in dem Städtchen da in der muslimischen Welt, in der das alles spielt, in der Kultur offensichtlich auch absolut denkbar und auch nicht unmöglich. Das hätte ich viel spannender gefunden als jetzt dieser Fokus auf den Mörder, den ich auf Dauer nicht so geil fand und fand im Endeffekt das ist auf jeden Fall, es ist ein cooler Querschnitt oder andersrum, es ist ein cooler Einblick in die muslimische Kultur und so ein bisschen in dieses Werte, in diese Wertewelt, die da vielleicht gelebt wird, ob es da jetzt unbedingt viel Neues zu entdecken gibt, ob die Sachen, die wir da jetzt mitbekommen, ob wir die in der Form nicht alle schon mal irgendwo anders hätten mitbekommen können, ob dieses, da ist jetzt keine wirkliche Überraschung so dabei gewesen, ja, also es ist auch kein erhobener Zeigefinger, es wird jetzt hier auch zum Beispiel von der Autorin des Comics auch nie Stellung bezogen, wie sie das jetzt selbst, also vermutlich findet sie es natürlich ganz schlimm, dass sie die umgebracht hat, aber wie ihre eigene Position ist zur Prostitution in diesem Land, das wird da jetzt später, so wird in der Form nicht gezeigt, sie zeigt eigentlich nur eine Ist-Situation und bewertet da nicht, das finde ich persönlich ganz gut, die Zeichnungen übrigens sind auch toll, ich weiß nicht, das könnt ihr auf jeden Fall mal googeln, auch wieder schwarz-weiß, tolle Illustrationen, die wir da einfach drin haben, das gefällt mir, einfach toll, guckt euch an, das gefällt mir sehr gut, ich bin die ganze Zeit hier noch am Deutsch-Scrollen, was man da unbedingt mal erwähnen muss, also der Junge, der echt, immer wieder, wenn ich auf den Jungen gehe, das ist so cool, wie kalt und selbstverständlich der zum Beispiel der Journalistin erklärt, wie sein Vater die Prostituierten umgebracht hat, also wie er die Hinterrücks erdrosselt hat und so und das spielt er halt dann eben so nach mit einem Kissen und einem Tuch und so und das ist schon echt irgendwie, also das ist beängstigend und faszinierend zugleich oder wir haben zum Beispiel auch mal kurze Ausschnitte, wo so ein bisschen die, diese Schrift, die arabische Schrift gezeigt wird, weil da quasi so ein Monolog, da führt dieser Richter, glaube ich ist das, führt ein Monolog, der der über das Schreiben, der, weil er selbst gern halt kaligrafisch, wie heißt das, kaligrafisch, genau, Kaligrafiemacht betreibt und das so ein bisschen eben zeichnet und zum Beispiel erklärt, in welchem Verhältnis einzelne Symbole und Striche und Punkte zueinander stehen müssen und sieht da dann auch so eine göttliche Vollkommenheit, das ist schon irgendwie ganz cool, aber es sind eben auch, es sind so punktuell ein paar ganz tolle Momente, die da aufblitzen, aber so insgesamt hat der Comic leider nichts, also da ist jetzt kein geiler Twist oder eine besonders spannende Story drin, von der ich erzählen könnte und ja, kann den Comic auf jeden Fall, wem kann ich dem empfehlen? Ich glaube, jedem, der noch so gar keine Vorstellung davon hat, wie es ist, in der muslimischen Kultur zu leben, dem könnte ich das vielleicht empfehlen. Ich weiß nicht, Patik, wer das für Sache dich reizen könnte? Es klingt schon ganz interessant, aber irgendwie, so wie du das erzählst, alles ist interessanter als der Killer. Ja, finde ich schon. Also so vom Thema her bestimmt ganz interessant, aber ich merke da schon, wie du so ein bisschen so diese Abstriche machst. Ja, ich habe, das ist wieder so ein Fall, dadurch, dass ich jetzt alle digital habe, weiß ich gar nicht so genau, wie die, wenn man die als Buch kauft, dann so wirken. Wir werden das später bei einem Buch haben, ich werde später noch was vorstellen, den habe ich erst vor kurzem überhaupt in dem Buchladen, also im Comicladen gesehen und der war viel größer, als ich ihn mir hätte vorgestellt. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie die Verarbeitung ist, aber ich wäre überrascht, wenn Edition Moderne hier nicht auch wieder ein schickes Werk präsentiert. Ja, Patik, wie sieht es bei dir aus? Welchen Comic willst du uns vorstellen? Kann ich noch eine Anschlussfrage stellen? Selbstverständlich. Sagt euch der Comic meinen Freund da mal was, weil daran erinnert mich das so ein bisschen. Nur klingt Dahmer eben dann doch nach der besseren Wahl. Mein Freund Dahmer. Da geht es um einen ehemaligen Mitschüler oder besten Kumpel von diesem Jeffrey Dahmer. Ne, gibt es eine Verfilmung von? Ne, das fand ich vom Thema her interessanter aufbereitet. Man sieht eben nicht, wie er irgendeinen Mord begeht, aber man merkt, dass es in ihm brodelt und wie es dann quasi irgendwann in ihm zu diesen Konflikten kommt. Also er schildert diesen Serienmörder bevor er überhaupt jemanden umgebracht hat. Es ist eher so eine Coming-of-Age-Story mit so ein paar weirden Details. Vor allem halt auch autobiografisch von demjenigen, der es gemacht hat. Daymar hat ja in den USA bei den Serienmörder-Fans ja fast so einen hohen Status wie Charles Manson zum Beispiel. Ja, also das ist ein sehr, sehr bekannter Name, weil er das wirklich auch sehr exzessiv gelebt hat, was er da so gemacht hat. Also es ist bei uns so, sage ich jetzt mal, ähnlich wie dem Armin Weivis da in Rotenburg. So von dem Status, vom Bekanntheitsstatus her ist es. Dazu gab es auch einen Film, der kam letztes Jahr auch auf dem Fantasy-Filmfest. Also es wurde sogar schon verfilmt, dieser Film, äh, dieser Comic. Ja, habe ich auch gerade gesehen, genau. My friend, Dame. Mega gut. It's your turn. Okay. Also ich habe jetzt den Comic Am liebsten mag ich Monster von Emil Ferris geholt und man muss dazu sagen, dass dieser Comic entstanden ist, ist schon ziemlich krass, weil die Frau, die hatte auch kurzzeitig eine halbseitige Leben und dann hat sie sich an ihren Finger eine Feder befestigt und damit hat sie dann diesen Comic, den sie über einige Jahre gemacht hat, eben weitergezeichnet und man merkt es ja wirklich keinen Qualitätsverlust an, weil dieser Comic ist richtig gut gezeichnet und es geht um die zehnjährige Karen. Die wohnt in den 60er Jahren in Chicago und das ist politisch alles sehr angespannt und sie sieht sich so ein bisschen isoliert, sie ist lesbisch und sie sieht sich dann eher als eine Art Wehrwolf, weil sie Menschen an sich eher langweilig findet. Die ganze Story ist in Tagebuchform, also es ist auch gemacht wie so ein Block. Man sieht da auch diese ganzen Schraffuren und Kästchen, wo sie das alles zeichnet und irgendwann findet in ihrer Nachbarschaft auch ein Mord statt, eine Prostituierte, die sie ganz gut kennt, wurde ermordet und sie versucht dann rauszufinden, was da alles passiert ist. Also ist diese Story quasi in zwei Teile aufgeteilt, so ein bisschen diese Coming-of-Age-Story über die Karen und dieser Mord an der Prostituierten. Ah ja, okay. Der ist ja wirklich auch über weite Strecken sehr gut rezensiert worden. Das ist ein richtig fetter Klopper, ne? Das ist ein richtig fetter Klopper und das Lustige daran ist, das Buch ist ja, die Story ist noch nicht fertig, also da wird noch ein zweiter Teil kommen. Es hat auch eine Art Cliffhanger und man will natürlich wissen, was dann passiert ist oder wie es noch weitergehen wird. Also der Mord wird nicht aufgeklärt und die Karen wird auch mit einem Cliffhanger noch dagelassen. Sehr herausstechend tun da ja auch die Zeichnungen, wie ich finde. Ja. Was waren deine Highlights? Also meine Highlights waren auch die Anlehnungen zum Beispiel an die Monsterfilm-Cover also der 60er, 70er Jahre kann man sich vorstellen wie ein bisschen die Geschichten aus der Cruft-Cover. Also sie liebt auch sehr Horrorfilme und auch die Kunst und das hat dann alles so ein bisschen seinen individuellen Stil. also die Horrorcover stechen heraus und auch diese Beobachtungen, die sie an den Menschen auch hat und je nach ihrer Gemütslage ändert sich dann eben auch der Zeichenstil und wird dann auch ein bisschen depressiver, düsterer. Und findest du den Preis gerechtfertigt? Also es ist schon happig, aber man kriegt auch einiges. Ich habe an dem Band schon ein bisschen dran gesessen, aber auch um das Ganze ein bisschen zu würdigen, weil die Zeichnungen und der Text, das ist wirklich alles ziemlich gut herausgearbeitet. Und diese Freundin, von der du sprichst, das ist die auf dem Cover, oder ist das die Protagonistin? Nee, das ist die, die umgebracht wurde, also die Prostituierte, bei der sie ermittelt. Ziemlich viel in der Story dreht um die, also im Prinzip ist sie auch so, als wäre so ein zweiter Hauptcharakter. Das ist schon klasse, wenn man sich die Bilder anguckt. Weißt du, ob das digital gemacht ist, oder ist das analog? Weißt du das? Steht das irgendwo? Ich glaube, das wurde analog gemacht. Das sieht auch ziemlich nach Handarbeit aus. Das sieht ja aus wie auf so einem Ringelbuchblock gemalt, wie man den aus der Schule oder vom Studium kennt. Die feinen Linien im Hintergrund und darauf gezeichnet. Das ist, sage ich mal, eine interessante Stilentscheidung. Aber faszinierend auf jeden Fall. Ich habe auch lange nicht mehr so einen Comic in der Art beziehungsweise vielleicht ist das sogar der erste Comic in der Art, den ich da überhaupt gelesen habe, weil die Erzählweise war schon ziemlich neu für mich und ja, an gewissen Teilen hat es einen auch kalt erwischt. Sehr gut. Ich frage einfach hier, ich will heute gar nicht nach Punkten und Bewertungen fragen, ich frage mal so mehr nach Zielgruppen heute ist mein Plan. Wem würdest du das Buch empfehlen? Ich würde es jedem empfehlen, der so ein bisschen Freude auch an experimentellen Comics hat oder auch an, nennen wir es mal Coming of Age gemixt mit düsteren Krimi. Vielen Dank. Da gehen wir weiter in der Runde beim lieben Breedstorm. Ja, jetzt wollte ich heute auf die Kacke hauen hier und eine Menge intellektuelle Comics mitbringen. Jetzt habt ihr auch sowas dabei. Also ich finde schwierig jetzt. Ich dachte, jetzt kommen hier wieder neueste Batman-Rezensionen, aber ich sehe schon, naja, wer weiß, wo es noch kommt. Ein Batman habe ich am Start. Ich auch. Ah, okay. Aber du hattest vorhin schon das Thema Arabische Welt und so weiter und so fort. Aus diesem Bereich habe ich mir auch ein Comic geholt. Und zwar heißt es Intisars Auto. Ist auch bei Egmont erschienen. Von Pedro Riviera und Nacho Casanova. Also wenn das nicht ein geiles Pseudonym ist, Nacho Casanova. Auch das stammt aus der Bestellung bei Jokers, von denen ich kein Geld kriege, das ich jetzt ständig erwähne, aber es ist halt einfach so wahnwitzig, wie das Preisgefälle ist. Das ist ein Comic, ein Klappbroschur mit etwas über 200 Seiten im Stil, wie man vielleicht bei Reprodukt oder Avant sehen würde für Original 19,99 und den gibt es halt für 1 Euro. Also es ist wirklich quasi verschenkt. Bloß das schönste Geschenk nützt nichts, wenn der Inhalt nicht passt. Und das ist hier aber nicht der Fall. Also es geht um Inti Saar. Inti Saar lebt im Jemen und ist so, sage ich so mal, Mitte, Ende 20 ist Ärztin und der Jemen, da ist der Islam ja sehr strikt in allen. Sie läuft zum Beispiel die ganze Zeit, wenn sie draußen ist außerhalb von dem Krankenhaus oder ihrer Wohnung muss sie diesen NiCup tragen. Also das ist quasi die Vollverschleierung, wo man nur durch die Augenschlitze im Prinzip durchgucken kann. Und wie gesagt, sie arbeitet als Ärztin, hat sich das aber sehr, sehr lang erkämpft, weil für alles, was eine Frau im Jemen machen will, braucht sie die Erlaubnis entweder ihres Ehemanns, den sie noch nicht hat, oder ihres Vaters. Und sie musste ihren Vater zwei Jahre lang beknien, dass sie studieren konnte, obwohl sie wirklich hervorragende Noten hatte, aber er war davon nicht überzeugt, dass das das Richtige ist. Meinung nach sollte sie heiraten und Kinder kriegen, das hat sie halt eben nicht gemacht und hat ihn stattdessen so lang bekniet, dass sie auf die Uni nach Damaskus kommt und ist so Ärztin geworden. Warum heißt das Intisas Auto? Weil ihr Auto so ein Stück Freiheit ist in ihrem Leben im Jemen, das sie hat. Also generell braucht sie als Frau da auch eine Erlaubnis, um das Auto überhaupt fahren zu dürfen und sie genießt das unglaublich, weil für sie ist das eine riesige Freiheit, wenn sie mit dem Auto durch die Gegend cruisen kann, hört dann auch immer hier ordentlich laut aufgedreht Rihanna, das ist so ihre Vorstellung von Freiheit. Na klar, under my Umbrella, Junge. Und als das Ganze dann etwas eingeschränkt werden soll, dass sie gestoppt wird von einem Polizisten das Ganze dann an ihren Vater, bei dem sie natürlich auch nicht wohnt. Ihr Vater hat mittlerweile eine andere Frau, auch andere Kinder. Sie ist eine erwachsene Frau, aber trotzdem braucht sie nach wie vor dessen Erlaubnis und er ist davon nicht besonders begeistert, dass sie da ein Auto hat. Das Auto ist ein uralter Toyota Corolla, der mehr tot als lebendig ist, aber für sie ist ein Stück Gleichberechtigung in dieser Welt. Recht gut kommt sie zurecht mit ihrem Bruder, mit dem sich öfters austauscht und der hilft, ganze Ding mit dem Auto am Leben zu erhalten, bloß im Endeffekt wird es immer schwerer für sie diese Welt aufrecht zu erhalten. Sie raucht zum Beispiel auch, was eigentlich auch undenkbar ist, dass sie als Frau Zigaretten hat. Man kann sich das aus westlicher Sicht sehr schwer vorstellen. Hier in dem Land ist es mittlerweile so, es werden Klagen geführt, wenn eine Frau oder eine ältere Frau hat geklagt, weil sie im Formular ihrer Bank das Wort Kunde vorgefunden hat und nicht Schräg Strich Kundin. Da sieht man dann auch mal, wie die Probleme in anderen Ländern der Welt sind. Die Kundin braucht bestimmt nicht die Erlaubnis von ihrem Vater für irgendwas. Es erweitert den Horizont doch schon sehr stark. Optisch ist das Ganze sehr simpel gehalten. Ich hatte teilweise auch das Gefühl ist so ein bisschen Baukastensystem. Du siehst sehr oft einfach nur das Gesicht und siehst dann quasi Gedankenblase, also so ein Kästchen, was sie halt denkt. Und die Gesichter sind sich auch immer sehr, sehr ähnlich. Also der Zeichner hat sich das Ganze relativ einfach gemacht und zeigt einfach tatsächlich wenig, am liebsten die Köpfe. Die Köpfe in einem Auto keinen großartigen Hintergrund und das Ganze ist auch schwarz-weiß, wobei schwarz-weiß hier bedeutet, dass die dunkleren Flächen alles so grau gepunktete Flächen sind, wie man es zum Beispiel in der Tageszeitung bei Bildern vorstellt, dieses Druckverfahren. Also optisch würde es mich auf keinen Fall vom Hocker hauen, weil mir das zu einfach ist. Ich sage mir nicht so einfach, dass ich es auch zeichnen könnte, weil ich wollte. Aber es ist schon so ein bisschen Baukasten Prinzip und teilweise erkennt man die Gesichter ein paar Seiten hinter dann wieder. Aber in dem Ding geht es halt nicht darum, optisch zu glänzen, sondern es geht dabei, einfach die Geschichte von Intisat zu erzählen, wie sich das Ganze auf ihr Leben auswirkt. Unterm Strich fand ich es von meiner Vorstellung immer noch ein bisschen zu optimistisch. Also dieses kreative Team da, Riera und Casanova, wie sie sich nennen, kannte ich sonst auch noch nichts von. Aber man muss natürlich sehen, dass die eigentlich über ein Land beschreiben, wo es auch heutzutage noch opportun ist, Frauen zu steinigen, wenn sie Ehebruch begehen. gehen. Also ich habe es eben noch nachrecherchiert, dass es nicht falsch einschätzt, uns mit Iran oder so verwechselt. Da gibt es zum Beispiel Persepolis, falls ihr das gelesen habt, das ist ein sehr bekannter Comic über das Leben im Iran. Und ich wollte gucken, dass ich dem jeden da nicht zu Unrecht tue, aber da geht schon hart zur Sache halt. Wenn man gesteinigt werden kann wegen Ehebruch und angebliche Prostitution, was immer das bedeuten mag halt in so einem Land. Und dafür fand ich es fast noch einen Tick zu optimistisch, zu modern dargestellt. Aber vielleicht täusche ich mich, vielleicht sollte man sich halt wirklich mal ein eigenes Bild machen, bloß der Reisewunsch wird dadurch natürlich nicht unbedingt höher. Du sagst so viel zu optimistisch, halt immer die Frage, erwartet man irgendwie ein Stück weit, dass da so der Zeigefinger erhoben wird oder auch Schattenseiten gezeigt werden, wenn man sowas liest oder dass es auch negativ bemerkt wird, wie da eben zum Beispiel auch jetzt die Rolle der Frau ist in so einem Land. Erwartet man das ein Stück weit oder ist es einfach die Absicht der Autorin oder des Autors, eine Geschichte zu erzählen und nutzt dafür halt eben das Setting dieses Landes? Was finde ich immer schwierig, ob ich der Erwartungshaltung deines Leseverglügen da so trüben kann? Also in dem Comic ist es definitiv, sie wollen auch was sehr über das Land berichten. Es gibt zum Beispiel hinten noch einen einigen Anhang, wo verschiedene Sachen einfach näher auch nochmal erklärt werden, die verschiedenen Trageweisen von Kopftüchern, sie erklären was Kat ist, also Kat ist so eine Pflanzendroge, auf der man die man quasi kaut und dann heil wird, ist in Afrika relativ verbreitet und sie erklären das hinten auch, warum sie diesen Comic gemacht haben über mehrere Seiten, also das ist schon sehr, sehr genau beschrieben und es gibt noch Referenzfotos, wo sie sich haben von inspirieren lassen, weil das sind, wie es schon gesagt hat, nicht deren persönliche Erlebnisse halt letztendlich und ja, also ist schon ein rundes Produkt, auf jeden Fall, also für einen Euro nennt man das auf jeden Fall, aber auch das wäre was gewesen, wenn ich dieses Cover gesehen habe, also da steht, wie gesagt, die Insisa mit verschränkten Armen vor ihrem Auto, das sieht fast so ein bisschen aus wie so typische Hip-Hop-Pose, bloß, dass sie halt diesen Knee-Cup dabei trägt und ist im Knallgelben im Hintergrund gehalten, das wäre jetzt halt was, wo ich gesagt hätte, okay, ja, weiß ich nicht, also tatsächlich habe ich mich jetzt hauptsächlich aus Gründen des Preises damit beschäftigt, ist das was für mich oder nicht, aber wenn ich das hätte irgendwo stehen sehen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht danach gegriffen. Dann guck mal rein in der Arbeit von Nacho Casanova und Petro Rira, das ist übrigens auch die einzige Graphic-Novel, die ich für einen Euro da finden kann, ich habe die Seite hier gerade mal offen, gab es noch weitere, als du das gesucht hattest? Ne, für einen Euro nicht, aber du hast alles für so drei bis fünf Euro, also du hast zum Beispiel, was sehr empfehlenswert ist, was ich natürlich schon vorher gekauft hatte, ist das Nao in Braun, kann man auf jeden Fall mitnehmen für drei Euro, du kannst dir das auflisten lassen mit ansteigenden Preisen und so weiter, also das geht, ich sage mal, fünf, sechs, sieben, acht Euro hoch, Parker von Darwin Cook ist natürlich absolut empfehlenswert für 4,99, wer es noch nicht hat, also da sind schon ein paar Perlen dabei, man muss es ein bisschen suchen, man muss es ein bisschen filtern, was ich noch gut darin fand, ist 17. Juni, das ist wie gesagt, eine Graphic Novel über den Aufstand in der DDR, auch immer interessant, und ja, wie gesagt, da gibt es so, ja, ich sage, 10, 20 Graphic Novels, die man da für den Preis auf jeden Fall mitnehmen kann, das ist leider ein bisschen, man muss sich das ein bisschen, also ich habe Graphic Novel eingegeben und dann habe ich es einfach filtern lassen, nach Preis, nach oben, da kommen auch Kalender und all so ein Krampel, aber wenn man sich ein bisschen durchträut, kommt einiges. Ja, findet man, ich habe hier eine Batman Collection gesehen, ich habe eine Simpsons Collection gesehen, sind einige Sachen dabei, die da ganz interessant klingen, jo, also Weihnachten steht vor der Tür, Leute, wisst ihr Bescheid, wohin mit dem Geld? Ja, für laues, für laues Geld vor allem. Mhm. Ich denke, wenn man so viel liest wie wir, dann muss man, muss man auch gucken, was die Preise sind. Amen, Halleluja. Wobei ich da vermehrt auch echt, also ich kann digitales Lesen echt ein Stück weit empfehlen, das ist so günstig zeitweise, auch was du legal an Webcomics kriegst, das ist ein absoluter Hammer. Aber das machen wir jetzt nicht auf, das dauert zu lange. Mega gut, ja, und dann würde ich mal weitermachen wollen, denn ich habe hier etwas vor mir, namens Bastard, erschienen im Reprodukt Verlag von Max D. Radiguis, oder so, ist glaube ich Franzose und ist für mich eine wirklich äußerst positive Überraschung gewesen. Auf 192 Seiten können wir in schwarz-weiß in einem Softcover lesen, wie die junge Mutter May mit ihrem Sohn namens Eugene quasi auf der Flucht ist. Sie sind quasi Mitglied einer Bande gewesen, die eine große Raubüberfall-Serie begangen haben. Sie haben den kompletten Kofferraum voll mit richtig, richtig viel Geld und ihr Job ist es erst mal möglichst viel Land zu gewinnen und das Geld in Sicherheit zu bringen, um sich dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn alles rund läuft, dann wieder mit den verbliebenen Gangmitgliedern zu treffen und das Geld eben so aufzuteilen. Und wir haben ja letztlich einen Roadtrip, wo wir sehen, wie eben die junge Mutter hier mit ihrem Sohn versucht, sich durchzuschlagen und eben auch wirklich fliehen muss. Die müssen sich zum Beispiel tarnen. Deswegen wird gleich zu Beginn des Comics färbt sie ihre Haare von schwarz auf blond oder er kriegt eine relativ kahle Rasur plötzlich auf dem Kopf, so damit die einfach nicht auffallen und die untertauchen können. Das ist auch generell übrigens ihr Ding. Man kriegt relativ früh mit, dass sie sich halt eben so ein bisschen als Gaunerin immer schon durchs Leben geschlagen hat. Sie als junge Frau hat dann sich quasi irgendwo niedergelassen, Leute kennengelernt, hat sich mit einem Pseudonym vorgestellt. Das sind meistens so Namen wie May, June, also wie die Monate halt quasi. Und wenn sie merkt, oh, hier wird es jetzt aber langsam ein bisschen knifflig oder eng oder hier kann ich jetzt mit viel Geld einfach abhauen, dann macht sie das auch. Und zieht ein paar, viele Kilometer weiter mit dem Auto, meinetwegen anderen Bundesstaat, spielt alles in den Südstaaten, der, äh, von, von, äh, der USA. Und da bockst sie sich halt so durch. Sie hat immer ihren kleinen Eugen mit am Start. Und, ähm, ja, wir müssen eben vor der Polizei fliehen und eben auch vor skrupellosen Komplizen, steht hier in der Zusammenfassung. Und da gibt es natürlich auch einige, ähm, einfach auch Action-Szenen, das wird auch mal kurz brutal. Und ist für mich insgesamt eine, eine wirklich, eine positive Überraschung. Also, ich hab das sowas von am Stück weggelesen. Ich fand das so geil, dass es, ähm, in keinem, also äußerst kurzweilig, super unterhaltsam und, ähm, gibt am Ende auch eine Twist übrigens. Der hat jetzt für die Story tatsächlich auch gar nicht so den riesen Impact, aber es gibt einen Twist, mit dem hab ich nicht gerechnet. Ähm, das find ich gut. Die müssen, ja, und da gibt's halt ganz viele, ähm, einfach auch tolle Szenen, ja. Also, was passiert zum Beispiel, wenn die beiden getrennt werden? Oder wie ist ein Junge drauf, ein wirklich, das ist ein Kind, ja, wird schätzen so 10, 11 Jahre, wie ist der drauf, wenn der in so einem Umfeld aufgewachsen ist? Mit der Gauner und Banditen, Raubüberfälle, der kann natürlich mit Waffen und Messern umgehen, ja. Und, ähm, was gibt's eventuell an Backup-Plänen, an Notfallplänen? Das find ich persönlich so sehr spannend. Wie ist die Sprache? Wie reden die alle miteinander? Und das liest sich super flott und fluffig weg, war wohl ursprünglich, so hab ich die, ähm, Seiten im Anhang, äh, dann auch gelesen. War das wohl ein Fanscene, das mit verschiedenen, also durch verschiedene Künstler eben auch gezeichnet worden ist. Ähm, und das Ganze wurde eben jetzt hier nochmal, äh, jetzt eben auch um, also nochmal neu gemacht zum Teil, um dem Ganzen eben einen einheitlichen Stil zu geben. Alles dann wahrscheinlich von diesem Max de Radiguess. Und, ähm, aber es hat mir mega gut gefallen. Also ich find das Setting toll. Das ist halt so ein Südstaatending. Erinnert mich so ein bisschen, zum Beispiel vor kurzem gab's diesen Film Hell or High Water. Mutter, ich find damit kann man das ein bisschen vergleichen. Es hat Aspekte von Florida Project, diesem Film. Ähm, da sind Sachen da drin, weil es ja eben auch Mutter und Tochter sind hier, in dem Fall eben Mutter und Sohn. Ähm, das ist irgendwie cool. Also wer da sowas mit anfangen kann, wer vielleicht auch so ein bisschen was, es hat natürlich in einem gewissen Rahmen auch was, was, ähm, Quentin Tarantino-mäßiges, so ein Stück weit. Einfach auch einstatt durch dieses Südstaatending. Das find ich ziemlich cool. Und, ähm, kann diesen, kann es einfach wirklich empfehlen. Also das ist, ähm, ich guck grad mal, was kostet der Spaß hier. Mit, äh, ja, 30 Euro Seite dabei. Fängt dafür aber 192, Quatsch, nicht 30 Seiten, 14, 14 Euro sind's. Das ist dann echt in Ordnung. Also für 14 Euro bekommt diese 192 Seiten im Softcover. Und, ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Blickwerk. Hat mich richtig positiv überrascht. Ähm, ich hab da nichts unbedingt gerechnet. Ich hab mich einfach mal drauf eingelassen. Und ist einfach ein erwachsener, cooler Comic mit, ähm, muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob man simpel sagen kann zu diesen Zeichnungen. Das wäre wahrscheinlich unangemessen simpel zu sagen. Vielleicht? Mh, ja. Also, ja. Wobei wir haben schon ein paar Details, wenn ich jetzt hier so durchscrawle. Ähm, sagen wir mal, die Augen sind Punkte oder Kreise mit Punkten. Aber dafür haben wir durchaus mal Beinbehaarung. Und gerade bei so Wäldern hab ich zum Beispiel gerade sehr viele. Also siehst du jeden einzelnen Busch. Ähm, schaut mal rein, macht euch selber ein Bild. Mir persönlich hat's gefallen. Es war sehr zweckmäßig und es hat vor allem, es hat mich so richtig so reingesaugt. Also das finde ich, bietet sich auf jeden Fall an. Um da vielleicht sogar eine Verfilmung draus zu machen. Ähm, jo. Das ist also hier eine meiner positiven Überraschungen. Und ich will dir gar nicht zu viel verraten. Ähm, passiert halt eine Menge Sachen bei so einem Roadmovie, bei so einem Roadmovie-Comic in dem Fall. Da guckt man auf jeden Fall rein. Ihr seid schneller durch, als euch lieb sein kann. Jetzt bist du wieder dran, Patrick. Okay, ähm, der letzte Comic, den ich gelesen hab, der, ähm, da gibt's jetzt aktuell eine Serie auf Netflix. Dadurch bin ich quasi reingestolpert. Ähm, heißt Hilda und der Mitternachtsriese. Auf Netflix kennt man das unter dem Titel Hilda. Und man kann das so ein bisschen wie so eine jüngere Version von Courtney Crumlin oder auch Gravity Falls beschreiben. Also ein kleines, neugieriges Mädchen, das mit der Mutter in so ein kleines Dorf, ähm, kommt, wo alle wirklich so nett sind, dass ich wahrscheinlich durchdrehen würde. Aber da sind dann eben alle möglichen mysteriösen Sachen, also so Riesen, die ab und zu durch dieses Dorf stopfen oder so kleine Zwerge, die sich vor ihrer Bude angesiedelt hat. und sie geht da mit so einer Art Neugierde ran und auch Hilfsbereitschaft, dass man das schon als ziemlich nett quasi beschreiben kann. Also da gibt's mehrere Hilda-Bände. Auf Netflix heißt das einfach nur Hilda, die Serie. Jetzt hab ich gesehen, dass es jetzt die Tage irgendwie kamen, dass das ziemlich gefeiert worden ist wohl auch. Ich hab das Intro auch vor einigen Tagen gesehen, das ist schon ganz nice. Genau, er steht ja auch bei Reprodukt. Die haben auch die komplette Backlist ja noch da, die kriegst du alles noch. Ich hab da eben, nachdem ich die Serie gesehen hab, ich hab mich gewundert, irgendwoher kenn ich das und dann hab ich meine gratis Comic-Käfte durchgegangen und da war so diese Hilda und dann Mitternachts diese Story, die hab ich danach nochmal durchgelesen und ich fand das wirklich charmant gemacht. Nett und charmant, das kann, äh, bespaß sowohl die Kinder, als auch die Erwachsenen, also kann da bald was rausziehen. Das ist von der Größe her wie so ein Album, oder? Genau. Okay, weil jetzt mit 44 Seiten sind 18 Euro natürlich ganz ordentlich. Hab ich ja. Das finde ich immer schwierig so, weil hier steht empfohlen, das Lesealter, also 6 und plus, also Zielgruppe sollten halt unter anderem auch Kinder sein. Ich finde das mega schwierig, wenn du dann aber 18 Euro für so ein Comic verlangst. ich finde das ein ganz schwieriger Grad zwischen ich will eigentlich Kinder erreichen und ich verlange mehr, als deren Taschengeld hergibt. Ich finde das nicht so einfach. Ja, ich fand es auch nicht so einfach. Ich bin eben dadurch drauf gestoßen, mein Bein war ja die letzten Tage von irgendwelchen Viechern zerstochen, ich musste also mein Bein hochlagern, kühlen und dadurch habe ich mich dann auch ein bisschen berieseln lassen. Okay. Dadurch bin ich eben drauf gestoßen. Ist das jetzt der erste Teil? Sind die alle unabhängig voneinander? Weißt du das? Soweit ich das mitbekommen habe, baut das ein bisschen lose aufeinander auf, aber es hat jetzt nicht so gewirkt, als wäre das so die komplexe Story. Aber es gibt wahrscheinlich es gibt sehr wohl einen Anfang und Ende. Sind da, das ist vielleicht jetzt eine sehr spezifische Frage, aber bei so Kindercomics, weil ich mich da gerade auch ein bisschen mit beschäftige, sind da so Botschaften drin? Ist da sowas so Beeinflussungen drin, so im Sinne von was weiß ich, habe keine Angst im Dunkeln oder nach dem Äußeren. Ja, sowas. Das ist da auch enthalten, genau. So Moraldinger. Genau. Okay. Nice. Also Empfehlung deinerseits, ja? Empfehlung meinerseits, auch wenn ich damit nicht gerechnet habe. So. Prima. Bridgestone, du bist dran. Ja, dann kommen wir mal vom Kindercomic zum Erwachsenencomic. Wobei ich zum Kindercomic noch anmerken muss, eigentlich muss man nicht die Kinder erreichen. Viele versuchen auch einfach mit ihren Sachen, die sie auf den Markt bringen, die Eltern zu erreichen. Weil letztendlich das oftmals die größere Zielgruppe ist und sowas an den Mann zu bringen. Die Kinder, habe ich das Gefühl, machen sich gerne ihre eigenen Gedanken, was sie gut und schön finden. Aber wenn du irgendwas hast, wo die Eltern sagen, jawohl, das solltest du unbedingt haben und wenn es irgendwas ist, was ich vor 20, 30 Jahren schon hatte, dann hast du eigentlich die Kohle im Sack, würde ich mal sagen, als Hersteller. Also gerade mit diesem 18-Euro-Preis, das ist ganz klar an die Eltern auch gerichtet, denke ich. Die das dann zusammen mit ihren Kindern vielleicht lesen oder wie meinst du das? Ja, oder denken, das ist das, was das Kind jetzt haben will. Also Hilda ist zum Beispiel weibliche Protagonistin, die wahrscheinlich das Abenteuer relativ gut übersteht, ein bisschen humorvoll ist es auch. Also es wirkt für mich von den Covern jetzt so, als könntest du das ein Kind, sag ich mal, was jetzt, ja, was weiß ich, in der zweiten, dritten Klasse ist, durchaus auch in die Hand drücken, oder? Ja, definitiv. Und das Kind würde dann im Supermarkt wahrscheinlich sowas nicht finden, also sie müssen an die Eltern rangehen, am besten an die Eltern, die auch lesen halt, das ist ganz klar. Wenn es funktioniert, ist es gut. Sehr schön. Aber wir waren ja beim definitiv Erwachsenen-Comic. Das ist einer, da hatte ich schon mal, den hatte ich schon mal schriftlich rezensiert, aber verpodcastet ist er noch nicht. Und ich habe gedacht, auch mal was Außergewöhnliches bringen. Und da ist mir in die Hand gefallen, als ich heute so geguckt habe, was ich jetzt sehen konnte, der Ursprung der Welt ist von Liv Strömquist erschienen im Avant-Verlag. Wie bin ich drauf gekommen? Andi, du warst sogar dabei. Das war nämlich in Erlangen. Und mit dem Erlangen gab es ja die Preisverleihung, unter anderem auch für den besten internationalen Comic. Und die Liv Strömquist hat er zwar nicht gewonnen, aber die war damit aufgeführt. Und der Comic wurde wärmstens entfohlen von der Hella von Sinnen auf der Bühne, weil er sich nämlich mit dem Thema weibliche Sexualität und Missverständnis, die sich darum ranken, widmet. Jetzt ist es normalerweise so, dass ich auf Empfehlungen von Hella von Sinnen relativ wenig gebe. Meistens finde ich diese Sachen gut, diese zerreißt, wenn sie irgendwas rezensiert. Das ist tatsächlich so. Und dann war das hier auch noch ein sehr feministischer Comic, wo ich gelegentlich auch ein bisschen genervt bin, wenn der Feminist so überquält. Aber trotzdem hat mich das irgendwie fasziniert. Es ging nämlich schon los mit dem Cover von dem Comic. Das ist nämlich nicht gezeichnet, sondern es ist ein Foto. Wie die Autorin und Zeichnerin auf einer Bank sitzt, hält sich sowas wie die Merkel-Raute allerdings vor dem Schritt. Also ist klar, was sie da symbolisieren wird. Und neben ihr auf der Bank lehnt noch eine Maschinenpistole. Also sehr künstlerisches Bild. Und ich habe dann mal in den Band reingeblättert und dann habe ich relativ schnell doch gesehen, dass sie den haben will. Man muss zu der Liv Strömquist sagen, dass sie eine feministische Comiczeichnerin ist, die schon mehrere Sachen wohl in Schweden gemacht hat. Ich kannte davon überhaupt nichts. Auch hier ist es so, dass es nicht unbedingt opulente Zeichnungen gibt. Es ist sehr cartoonig. Teilweise geht es schon fast gelegentlich ins Kindliche über, also was man aus Kinderzeichnungen kennt, wenn die Menschen zeichnen. Aber das Ganze ist auch mal durchsetzt mit Fotos, mit historischen Gemälden, die sie dazwischen bastelt. Sehr, sehr viel Text. Aber das Thema war etwas, was mich wirklich interessiert hat. Sie hat es sehr, sehr gut aufbereitet. Es geht nämlich darum, warum sich ältere männliche Wesen zu sehr für die weiblichen Genitalien interessieren. Das Ganze ist jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern dass sie darüber mehr oder weniger herrschen möchten. Sie haben das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt an verschiedenen Fällen und auch sehr unterhaltsam gemacht. Zwischendurch gibt es Panels, wo halt nur große Buchstaben sind, wo sie im Prinzip was rausschreit, nämlich verschiedene Ungerechtigkeiten, die da vonstatten gegangen sind. Also ich möchte vielleicht mal exemplarisch einen Fall beschreiben. Es gab mal eine Königin Christina von Schweden. Ich glaube 1500 Schnee war das und die gute Christina hat auf den Thron von Schweden verzichtet und hat stattdessen es vorgezogen im Vatikan zu leben unter verschiedenen Päpsten, die sie da quasi haben leben lassen und studieren lassen. Also sie war sehr interessiert an Mathematik, an Philosophie, wo sie sich generell nicht dafür interessiert hat, waren zum Beispiel Männer. Also sie wollte zeitlebens nicht heiraten. Das hat in den 30er Jahren jemanden dazu animiert zu denken, naja, das kann ja gar keine richtige Frau gewesen sein. Ich meine, die will nicht heiraten, was soll das? Und sie denkt über Wissenschaft nach. Also sie muss intersexuell gewesen sein, also irgendwas dazwischen. Was dann in den 60ern wiederum dafür geführt hat, dass sie diese Dame, die unter dem Petersdomen begraben war, einfach mal ausgegraben haben, um zu gucken, ob diese Überreste irgendwelchen männlichen Anhaltspunkte bietet. Also wirklich komplett abstruse Geschichte, aber tatsächlich, ich habe es nochmal an verschiedenen Quellen nach, wirklich so passiert. Und so nähert sie sich diesen Themen an, indem sie das Ganze zeichnet. Sie zeichnet auch die Männer, wie sie dann da stehen und quasi den Leichnam aufzugraben und einfach weil sie sich dafür interessieren, wie sehen jetzt die Genitalien auf? Oder anderes Thema, die Darstellung von Menstruation. ist was, was von unterschiedlichen Völkern auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Für manche ist es halt das Zeichen von Fruchtbarkeit, das wird hervorgehoben, wenn es bei uns eher dann so verpölt ist, man muss nur mal an Werbung für Tampons denken oder sowas. Da wird ja alles Mögliche gezeigt, da werden blaue Flüssigkeiten in Tampons eingeführt. Also das ist sehr, sehr abstrus, was wir da eigentlich sehen. und ja, sie hält dann doch die Lupe dann auf das Thema sehr genau drauf und zeigt das auch in ihren Bildern. Also es ist ein sehr, sehr großer Stilmix zwischen ihrem cartoonigen Stil, den sie hat, bis zu Zeichnungen, wo sie versucht, realistischer zu werden. Dann hat sie natürlich einfach mal verschiedene Zeichnungen abgeändert. Es gibt zum Beispiel eine Manga-Figur, die einer indischen Gottheit nachempfunden ist, von einer sehr bekannten Manga-Serie, die mir natürlich nichts gesagt hat, weil auch da hat man ganz deutlich gesehen, diese seltsamen Darstellungen von Frauen in Mangas waren da überproportional vertreten. Bloß sie hat dann gesagt, also wenn sie die Figur so, wie sie in der Geschichte beschrieben wurde, darstellen wollten, dann hätten sie ganz anders zeichnen müssen und hat der in dem Panel daneben einfach mal aus ihren seltsamen Girlie-Kostümen schabten in der Länge von circa 20 Zentimetern angemalt, weil so war es in der Geschichte beschrieben. Also um einfach zu zeigen, historisch gibt es sehr, sehr unterschiedliche Darstellungsweisen und sie will einfach, dass die weibliche Sexualität, der weibliche Intimbereich, sie erklärt uns auch, warum wir nicht Vagina sagen sollten, sondern Vulva, so viele Worte in dieser Konzentration habe ich noch nie gepodcastet, also sie klärt uns über viele Dinge auf, aber in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise. Mir ist auch klar, das ist auch ein Comic, nicht für jeden, also wie gesagt, ich bin jetzt auch keiner, der unbedingt radikal-feministische Literatur braucht, aber dass sie es einfach unterhaltsam gemacht und auch so dass du was dabei lernst und trotzdem nicht das Gefühl hast, dass du irgendwie Unterricht bei ihr nimmst oder sowas, wie das bei anderen Publikationen aus dem Bereich vielleicht manchmal der Fall ist. Oder sie unterlässt auch dieses Belehrende, sondern stellt einfach eher den Irrsinn dar, den verschiedene männliche Personen im Laufe der Jahrtausende über Frauen gebracht haben. Das ist ein sehr interessantes Ding, sowas als Comic habe ich tatsächlich dann noch niemals gesehen, muss man ehrlich sagen. Also ich wäre sehr erfreut, wenn von Liv Ströhnquist noch etwas mehr kommen würde. Das ist sehr spannend, dass du gerade den ausgewählt hast, denn ich werde hier im Anschluss noch über Girlsplaining sprechen von Katja Klengel. Das ist mal thematisch exakt dasselbe, auch mit ähnlichen Beispielen inklusive der blauen Flüssigkeit und warum man das jetzt Vulva nennen sollte, also warum man das als Vulva und nicht nur als Vagina beteiligen sollte und wo da die Unterschiede auch liegen. Ganz spannend, hat denn jetzt die Liv Ströhnquist, also man muss auch wieder mal feststellen, ist wieder mal Paradebeispiel, gerade sitzen drei Kerle vor ihren Mikrofonen, da halten sich über feministische Comics, wir haben wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit das alle umfassend zu begreifen und auch wiederzugeben, muss man ja so ein bisschen selbstkritisch vielleicht auch sein, aber was ich mich jetzt frage ist, ob die Liv Ströhnquist jetzt hier vor allem einfach nur analytisch Situationen, Begebenheiten vorstellt, ob sie sich jetzt hier einzelne geschichtliche Beispiele oder meinetwegen jetzt in dem Fall eben auch aktuelle Tamponwerbung anschaut und dann zeigt, was ihr auffällt oder geht sie vielleicht noch einen Schritt weiter und gibt Ansätze dafür, was denn vielleicht besser laufen könnte? Besser laufen, also hier ist es tatsächlich sehr, sehr oft die Geschichte, dass sie einfach diese abgefahrenen Vorstellungen einfach da schreibt, die in der Welt sich über die Jahrhunderte so in die Köpfe reingebrannt haben und was die teilweise heute noch auslösen. Natürlich musst du so ein bisschen selber drüber nachdenken und sagen, ja, was sollten wir ändern, was sollte ich vielleicht ändern möglicherweise, ja, aber es hilft auf jeden Fall verschiedene Dinge einfach besser zu verstehen, warum wir gewisse Sachen eher als schmutzig empfinden als andere zum Beispiel. Aber sie sagt jetzt nicht, wir sollten einen neuen Staat gründen und die Grundgesetze mal verzehnfachen oder sowas, also das macht sie nicht. Nein, also sie ist da schon auf einem realistischen Weg, aber wie gesagt trotzdem noch unterhaltsam und sehr abwechslungsreich in ihrem Stil dann halt auch. für mich, wenn ich es gerade durchblättere und ich sehe hier eine Doppelseite vor mir, wo sie quasi im Eiskunstlaufdress quasi so das hintere Bein hoch hat und man sieht relativ eindeutig, es sind gerade irgendwelche Blutungen vorhanden, also es ist immer noch seltsam, das so zu sehen halt, obwohl es in der Theorie zumindest eine komplett natürliche Sache halt auch ist. Ja, aber das ist schon auf jeden Fall immer in einem gewissen Rahmen, es ist ein Tabu irgendwie, also es ist nichts in meiner Blase nichts allgegenwärtiges und ich finde das, also ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich finde das schade, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich das irgendwie, eben weil es auch so selten ein Thema ist, finde ich es irgendwie faszinierend, sich mit sowas auseinanderzusetzen und das eben auch in Comics zu lesen, muss ich schon sagen. Und gerade auch der Umgang damit und die Enttabuisierung und so, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, weil du, also ich kann jetzt, das ist rein spekulativ, aber wenn du jetzt eine Frau bist und du hast das Gefühl, du kannst nicht über Sachen reden, die jetzt deinen Körper betreffen oder die dir sehr wichtig sind, wo sie doch eigentlich vielleicht, also auf jeden Fall auch natürlich sind, wenn du da einfach nicht drüber sprechen kannst, weil du komisch drumrum reden musst oder weil du das Gefühl hast, das wäre mit Ekel assoziiert, 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 genau. Das ist doch kacke. Also es ist doch schön, wenn das irgendwas ist. Aber es ist schon irgendwie großartig, dass das da eine Tendenz gibt, das so ein bisschen zu vermitteln. Finde ich gut. Ja. Man muss dazu auch sagen, dass wir Deutschen durch dieses Feuchtgebiet dadurch jetzt auch nicht unbedingt den besten Zugang haben, weil da haben sie ja schon ein bisschen auf Ekel gesetzt und bei diesem Comic klingt es jetzt zum Glück so, dass es ja auch eine lustige Art zum Nachdenken anregen soll. Definitiv. Dann würde ich jetzt hier nämlich einfach mal einen Comic quasi dazwischen quetschen, der da mega gut reinpasst. Denn ich hatte es gerade schon angesprochen, Katja Klengel hat ganz aktuell ihr Werk Girls Planning am Start und ist mit Girls Planning, was das ist, müssen wir gleich nochmal erklären. Erstatt beim Reprodukt ist sie nämlich ganz aktuell auch auf Lesereise. Man kann sie also quasi gerade in ganz vielen Städten Deutschlands, ich kann die jetzt nicht mehr alle auswendig und ich weiß auch nicht so genau, wann ihr das jetzt hier alles hört, euch so im Detail klar machen, aber Girls Planning kann man überall gerade quasi von ihr vorgelesen bekommen. Ganz toll. Die junge Frau habe ich zum Beispiel habe ich Sachen von ihr gesehen auf EndbetterCon in Stuttgart, da habe ich sie schon gesehen. In Erlangen hatte ich eine Einladung, da war das Buch noch nicht released, aber da hätte ich auch eine Vorablesung, hätte ich daran teilnehmen können, das wäre ganz gut. Aber die ist ja schon ewig am Start, daran zu arbeiten. Hatte das auch ursprünglich im Rahmen von einer Kolumne bereits weite Teile des Buches, das da eben jetzt erschienen ist, schon im Internet veröffentlicht und hat jetzt hier eben noch ein weiteres Kapitel geschrieben und das Ganze kommt jetzt aktuell eben bei Reprodukt raus. wird auch vollumfänglich an allen Ecken und Karten rezensiert und ist eben auch ein feministischer Comic. Zorgen wir vielleicht mal an bei dem Begriff, bei dem Thema einfach, also bei dem Titel des Buches Girlsplaining, ich bin ja, ich lebe ja so ein bisschen hinter dem Mond in vielen Stellen, das will ich auch gar nicht anders behaupten und Girlsplaining ist quasi die Umkehr von Mansplaining und Mansplaining ist, das ist wahrscheinlich, hoffentlich erkläre ich das ansatzweise richtig, Mansplaining ist, wenn Männer versuchen, Frauen Sachen zu erklären, so dass sie es aber auch auf jeden Fall verstehen, ja, also sehr simplifiziert und, ja, vielleicht auch unangemessen stumpf, so, und Girlsplaining ist quasi die Umkehr davon, jetzt kann man sich ein Stück weit fragen, ob das jetzt wirklich so Thema war ihres Buches, aber ich habe persönlich durchaus das Gefühl, jetzt überhaupt erstmal zu wissen, warum man jetzt eher Vulva sagen sollte als Vagina, dafür hat mir der Comic auf jeden Fall geholfen, finde ich auch großartig und, ja, ist teilkoloriert, also es gibt neben dem Schwarz-Weiß-Zeichnung verschiedene Rot- und Rosa-Töne und ist eigentlich ganz cool, der Adrian von Bauer hat dir da auch geholfen, das schreibt sie hinten im Anhang, den es dazu noch gibt, da gibt es dann auch Leseempfehlungen, da gibt es dann auch Binge-Watching-Empfehlungen und so, also es ist ganz cool, Katja ist wohl gebürtig in Jena aufgewachsen und, ja, Thüringer haben bei mir sowieso immer einen Stein im Brett. So, worum geht es eigentlich? Wir haben hier sieben verschiedene Kapitel, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Kapitel vorstellen, aber sie widmet sich ihr eben verschiedenen Themen, unter anderem erzählt sie einfach, wie das war, als erstes Mädchen in der Schulklasse Schamhaare zu bekommen, also es ist eben auch autobiografisch hier dieses Werk und, ja, wie sie dann mit einem, wie sie dann sich so genötigt fühlte, sich dann eben auch erstmals die Beine zu rasieren, wo sie persönlich überhaupt keine Notwendigkeit für sah, aber wenn ihr Bruder dann mal einen blöden Kommentar bringt, dass sie echt lange Beinhaare hätte, dann baut das einfach so einen Druck auf, ja, da gibt es einen Body-Shaming-Moment, wo du dich halt für deinen Körper schämen sollst oder zumindest das Gefühl hast, du müsstest dich jetzt schämen, aber das eigentlich gar nicht so siehst, das finde ich schon cool, ähm, ja, und viele weitere Situationen, wo auch wie einfach so eine junge Frau, die natürlich auch noch nicht so selbstsicher ist, dann mit verschiedenen Alltagssituationen umgeht, ja, also wenn sie eben plötzlich angebaggert wird beim Einkaufen vom Verkäufer oder wenn die Klassenkameraden blöde Kommentare bringen, äh, dann ist genau die Situation, dass du in dem Moment als junge Frau vielleicht noch nicht so super smart und spontan bist und genau den richtigen Satz jetzt, äh, pointiert konterst, sondern eben da, äh, erstmal lächelst und die Situation einfach wegkicherst, äh, das ist irgendwie ganz, ganz interessant, ähm, genau, Bodyshaming, was haben wir hier noch dabei? Wir haben unter anderem natürlich auch das Thema Kinder, sie ist, äh, Jahrgang 88, glaube ich, und da spielt das Thema Nachwuchs natürlich durchaus eine Rolle, ja, was für Erwartungshaltungen haben vor allem Dritte an sie gesetzt, wenn es darum geht, jetzt eben aber langsam, aber sicher dann doch mal Kinder zu kriegen und, ähm, dass es einfach wieder so einen Druck aufbaut, ähm, wenn man vielleicht doch gar keine Kinder kriegen will und auch so völlig unangenehmsten Situationen plötzlich darauf angespielt wird, dass es jetzt mal langsam Zeit werden könnte, ähm, das ist, das ist ja alles Thema, das finde ich auch ganz spannend und viele, viele weitere Sachen, die, ähm, es auf jeden Fall wert machen, dieses im Quadrat, das ist übrigens quadratische Form der Comic, sich da mal, äh, das Ding in die Hand zu nehmen und sich das mal genauer anzugucken, sie, ähm, ist anscheinend, da hat sie auch wirklich mega Stein im Brett, sie ist, äh, total der Nerd, sie hat, ähm, mega Bock auf Sailor Moon, sie hat eine, eine Figuren-Sammlung von verschiedenen Superhelden und weiteren Figuren, überhaupt, wenn man so guckt, was sie hier so, ähm, an popkulturellen Anspielungen macht, da ist Wrestling drin, da sind Horrorfilme drin, ähm, also ganz viel cooles Zeug irgendwie, das gefällt mir sehr gut, das ist einfach eine von uns, weißt du wie, da kann man mal reingucken. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, letztlich haben wir von mir vor allem eine Empfehlung, guckt euch den Comic mal an, er ist, ähm, irgendein Rezensent, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wer das war, hatte gemeint, ähm, das ist bei diesen feministischen Comics, wo in jeder Generation eine Frau gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, das in den Comic packt und dann der breiten Masse zur Verfügung stellt, was, ähm, die Liv Strömquist vielleicht in ihrer Generation gewesen ist, könnte jetzt Katja Klängel für die jetzige Generation sein, und, ähm, ich fand das einfach cool, also ich hab mehrfach auch gelacht und gekichert, also wenn das so Star Trek, zum Beispiel Star Trek, ja, die, ähm, eine Szene, da sitzt hinten der Käpt'n, in der Mitte auf seinem Käpt'nstuhl, äh, auf der, ähm, auf der Enterprise, und vor ihm sitzen, ähm, zwei weiblichere Crewmitglieder, und er gibt denen den Befehl, äh, irgendwas zu tun, keine Ahnung, fliegen sie gerade aus, und, ähm, die beiden Ladies einfach mal fragen, warum machen wir das jetzt eigentlich, ja, und dann einfach da so ein Gespräch entsteht zwischen, ja, wir machen das jetzt halt so, weil ich bin der Käpt'n und ich sage, wir machen das jetzt so, und dann diesen, diesen, äh, einfach dekonstruierenden Kommentaren von den beiden weiblichen, ähm, Crewmitgliedern, die ihm dann schnell klar machen, dass das vielleicht alles gar nicht so smart ist und ein weiblicher Käpt'n wäre jetzt ja auch nicht so schlecht und so, das ist irgendwie, also ich fand das lustig. Jo. Kurzum, Fazit, mega gut, kaufen, weitermachen, und vielleicht sogar verschenken, auch eine gute Sache, also ich glaube, ich muss, das müssen wir den Comic dann irgendwann nochmal in Ruhe geben, wenn mein Nachwuchs ein bisschen älter ist, um das vielleicht, um da thematisch vielleicht so ein bisschen, ähm, einen guten Einstieg zu finden. Danke. Patrick, wie sieht's bei dir aus? Was hast du noch? Ich hätte hier, wo du vorhin schon das Thema Batman angeschnitten hast, Batman vs. Ninja Turtles Band 2, den hab ich die Tage gelesen. Ist das eine Fortsetzung des ersten Teils oder ist es einfach ein weiteres Crossover? Nee, das ist eine Fortsetzung des ersten Teils. Es knüpft auch dran an, dass Shredder quasi jetzt gefangen genommen wurde. Batman und die Turtles sind eben in ihren Welten und dann holt Donatello aus Versehen, weil er Kontakt zu Batman aufnehmen will, Bane nach New York. Und Bane will natürlich erstmal die ganze Stadt übernehmen und Bane ist mal wieder schön auf Krawall aus und dann müssen sie nochmal Batman und alle seine Gehilfen da zur Hilfe holen. Mhm. Aber, wie ist das aber nochmal? Shredder holt Bane zu sich nach New York? Nee, Shredder ist nach dem ersten Teil erstmal bei denen gefangen, also bei den Turtles und sitzt erstmal im Knast und Donny holt aus Versehen, weil er mit Batman Kontakt aufnehmen will, Bane nach New York. Also in ihre Dimension. Ja genau, das wäre nämlich jetzt die entscheidende Frage. Sind die eigentlich in derselben Dimension oder eben nicht? Nee, die sind nicht in derselben Dimension. Da gab es mal wieder Dimensionsportale, das wurde auch im ersten Band angerissen, nur dass da die Turtles nach Gotham City kamen und im zweiten Teil ist es dann eben umgedreht. Batman wird dann nach New York geholt zu den Turtles in deren Dimension. Also so Crossover und ich habe hier auch noch eins, das ich vielleicht nochmal reinschmeißen will. die sind ja schon häufig sehr konstruiert. Einfach mal um hier zwei Serien oder Protagonisten zusammenzubringen, die sonst absolut gar keinen Grund hätten, jemals zusammen auf denselben Seiten zu sein. Ja. Wie konstruiert ist das jetzt hier? Es wirkt schon ein wenig konstruiert, aber Batman und die Turtles passen ungewohnt gut zueinander. Da gab es ja auch im ersten Band so eine Szene, da war Commissioner Gordon beim Batsignal und dann taucht der Batman mit den Turtles auf und Gordon guckt nur ganz angewidert, was ist denn das? Nein, mein Batman, das sind Freunde von mir. Gordon war so, ach nee, dann bin ich froh, dass ich keine Freunde habe. Die sticheln ganz schön untereinander und das macht auch Spaß und auch beide Fraktionen sind ganz gut getroffen. Also man kommt da sowohl als Batman-Fan als auch, wenn man die Turtles mag, ziemlich auf seine Kosten. Es gibt da noch so ein paar Spielereien, ich weiß nicht, ob ich die spoilern soll, aber die haben sich da schon noch so ein paar Kniffe einfallen lassen. Wie notwendig ist es denn, den ersten Teil zu kennen? Es ist nicht super notwendig, aber ich würde sagen, es erhöht den Spaßlevel ein bisschen. Okay. Dem ersten macht man auch nichts falsch. Wie sieht es aus? Ist das wieder so ein Prestige-Format? Also so ein bisschen anderes als die sonstigen Paperbacks bei Panini? Du meinst mit Aufklappbar? Ja, Aufklappbar und ich glaube auch ein bisschen gestauchter, dafür breiter, glaube ich. Oder ist es wie alle anderen Paperbacks auch? Man kann das vergleichen mit den Sandman-Paperbacks von Panini. Okay. Ist das ein Clubcover gewesen? Äh, ja. Also Clubcover trifft es in etwa. Mega gut. Jo. Also, hm. Von dir so Daumen nach oben oder eher so Daumen nach unten? Äh, ich würde einen Daumen nach oben geben. Äh, mir hat es Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich habe mich auch nach dem ersten Band auf den zweiten gefreut. Vor allem auch, weil der Zeichner das wirklich ziemlich gut getroffen hat. Auch diese Düsternis von Batman auch auf die Turtles zu übertragen. und wer den Turtles gern liest und so ein bisschen traurig ist, dass das eingestellt wurde, sollte dann eben dann doch zugreifen. Ja, stimmt, ne? Es wird so mit das Letzte, was man überhaupt noch von den Turtles hier kriegen kann. Genau. Ja, es bleibt immer schwieriger. Also, ich frage mich halt immer, wenn die eigentlichen Serien der Turtles nicht funktioniert haben, was dann die ganzen Crossover bringen. Es gab ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch einen Crossover, dass der, äh, Janne Rohleder bei Dunybooks rausgebracht hat, wo die dann auf die Ghostbusters getroffen sind. Ja. Ich hoffe, dass das ein Erfolg für ihn war. Ich weiß es allerdings nicht. Und ich frage mich immer, was diese ganzen Crossover dann letztlich auch, ob das jetzt so sinnvoll ist alles für die, ähm, für die, für die Figuren. Ich habe ja das eine, ich habe vor einiger Zeit dieses, ähm, Crossover gelesen, das habe ich bei den Comic-Cookies übrigens vorgestellt, äh, wo die auf diesen Hasen treffen. Yugi, Yuyogi, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall ein Crossover mit einem asiatischen Hasen. Und das war halt einfach, also, naja, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass eine von beiden Serien davon profitiert hat. Kann ich mir nicht vorstellen. In dem Fall macht es bei beiden Seiten Spaß. Und das Batman's Tod, äh, das Ghostbusters Todes Crossover war ja jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Und ich hätte es ein Janu, oder würde es ihm wünschen, dass sich das rentiert hat. Weil bei ihm habe ich manchmal das Gefühl, dass er sich, äh, dass er nicht ganz so gewürdigt wird, wie er es verdient hätte. Ohne Frage, auf jeden Fall. Ja, klar. Okidoki. Alles klar, vielen Dank. Ähm, Markus, wie sieht es bei dir aus? Wie groß ist dein Stapel noch? Also, ich hätte noch zwei Hefte anzubieten. Oder ein Album, ein Heft. Ok, prima, dann Feuer frei. Ja, ihr wisst, ein großes Herzensthema von mir, von dem auch dieser Podcast jetzt nicht erspart bleiben wird, ist die Serie Trigan. Trigan ist, äh, ja, ja, eine klassische, klassische Comics-Serie aus England. Ähm, gestartet in den 60er Jahren in Look and Learn. Das war so ein Heft, was wöchentlich erschienen ist und wo quasi immer ein paar Seiten pro Ausgabe erschienen sind. Und, äh, Panini bringt es jetzt, äh, gesammelt in Alben heraus. Und, äh, und, äh, der Autor ist Mike Butterworth. Viel interessanter ist aber Don Lawrence, der Zeichner, der zum Beispiel auch Storm gezeichnet hat oder Karl der Wikinger. Also, es ist wirklich eine Zeichner-Legende, weil er einen sehr, ja, fotorealistischen Stil, gerade, wenn man das auch noch in der Zeit betrachtet, in der er das gemacht hat, also, es sah, da sieht wirklich jedes Panel aus wie ein Cover. Und, äh, ist einfach wunderbar anzusehen. Über die Schreibe von Mike Butterworth kann man sicherlich unter geteilter Meinung sein. Man muss natürlich auch da bedenken, und das kommt, ja, aus den 60ern, äh, Science-Fiction, lange bevor es, äh, bevor wir was von Star Trek gesehen haben, bevor wir irgendwas von Star Wars gesehen hatten. Und der Ansatz damals war, wir machen sowas wie Römer im Weltraum. Ja, das, das ist das Reich Trigan quasi, was auf einem fernen Planeten existiert. Und Trigo, der Herrscher, erlebt immer wieder neue Abenteuer, muss sich immer wieder gegen Feinden aus dem Weltraum, aber auch gegen andere Völker auf seinem Planeten durchsetzen. Ähm, ich hab hier jetzt, äh, den, den letzten Band, die Nummer 15, gegriffen. Das ist tatsächlich einer, der was Besonderes ist, weil es der erste Band der Reihe, äh, den Panini gebracht hat, wo außer dem Cover nichts von Don Lawrence drauf ist. Also, er steht zwar auf dem Cover mit drauf, was natürlich auch gerechtfertigt ist, weil das Cover hat er ja gemacht. Aber innen drin hat alles, äh, Philip Kork, oder Korki, ich weiß nicht, wie man's ausspricht, ähm, gemacht. Ähm, und das ist natürlich, ja, ein, ein überraschendes Ergebnis dann halt, weil wenn du das, wenn du, äh, vorher die Lawrence-Zeichnungen gesehen hast, und, äh, es gab ja ab und zu, gab, für verschiedene Episoden haben schon andere in der Serie gezeichnet, aber jetzt ist der ganze Band von, Philip Kork, und, ähm, das ist natürlich, ja, hat große Diskussionen gegeben, auch wieder im Panini-Forum dazu, braucht man den Band, braucht man nicht. Ich sage, ja, man braucht ihn, obwohl er definitiv nicht schön ist. Ja, also, Philip Kork versucht so ein bisschen den Stil, an den Stil von Don Lawrence irgendwie ranzureichen, auch in verschiedenen Posen, die er macht, in verschiedenen Gesichtern, die er macht, aber, also gerade, wenn man das, äh, die letzten 14 Alben so perfekt gesehen hat, ist es hier natürlich unglaublich, wie das auf einen wirkt, wenn es jetzt plötzlich den ganzen Band jemand anders macht. Die Gesichter von ihm sind teilweise, sie sehen fast so ein bisschen psychomäßig aus, also, ich sage mal, ähm, wenn man irgendein Graphic-Novel überwahrt, Sinn machen würde, dann wäre das sehr, sehr gut, also, die Leute gucken sehr, sehr starr, die Augen sind sehr, sehr groß, ähm, und ich, natürlich bei den Don Lawrence-Fans kommt das nicht so gut an, äh, wie das Ganze aussieht, aber ich mag natürlich auch ein bisschen hören, was auf Trigan so vor sich geht, und natürlich, es wird wieder mit Monstern gekämpft, es werden aber auch wieder, äh, mit, mit, Kampfflugzeugen wird sich bekämpft, es kommen wieder außerirdische Stubrohren, die Flora und Fauna durchdrehen lassen, also Sachen, die Butterworth schon mehrfach, mehrfach in der Serie geschrieben hat, ähm, tauchen hier wieder auf, aber auch da muss man bedenken, das war eine Serie, die über Jahre hinweg lief, immer ein paar Seiten, und die Zielgruppe für sowas, denke ich mal, wird sich alle zwei bis drei Jahre irgendwann ausgetauscht haben, weil die, die Jungs in England in den 60ern dann einfach wahrscheinlich zu alt dafür waren, um das weiterzulesen, und da konnte er immer wieder ähnliche Geschichten schreiben, was er auch hier gemacht hat, ja, also das ist ein Band, mit dem sollte man auf keinen Fall, äh, Trigan oder Don Lawrence generell beginnen, ähm, aber ich bin trotzdem dafür, in der Gesamtheit weiterhin, äh, die Serie erscheinen zu lassen, mit allen Episoden, weil sonst wird halt auch irgendwie was fehlen, und es, also so ein bisschen macht es natürlich auch Spaß, diese, diese Nicht-Perfektion hier zu sehen, und ab und zu mal zu grinsen, weil trashig ist das Ganze natürlich komplett, ja, also da, da, da wird kein Klischee ausgelassen, und, ähm, ja, also eine Empfehlung nur, wenn man sowieso Trigan, vorher gelesen hat, alle anderen werden das Ding wahrscheinlich nicht unbedingt in die Hand nehmen. Und vor allem zeigt es ja dann auch, wie gut einfach die Arbeit von Don Lawrence gewesen ist, das, das betont dann einfach nochmal, was, was für großartige Arbeit er da geleistet hat, wenn man mal den direkten Vergleich einfach auch die ganze Zeit hat, das ist schon krass. Ja. Warum hat der das eigentlich nicht durchgezeichnet, weißt du das, du kennst dich da bestimmt aus, warum hat der nicht konfrequent alles gezeichnet? Ja, also das, zu jeder Episode, die hier erschienen ist, gibt es immer mindestens einseitigen, manchmal zwei- oder dreiseitigen Anhang, wo Besonderheiten erklärt wird, wo Vorlagen, aus welchen Filmen der sich, der Auto sich hat, vielleicht inspirieren lassen, und sowas erklärt wird, und es wird natürlich immer genannt, Don Lawrence brauchte halt auch mal eine Auszeit, der brauchte halt einfach mal Urlaub. Der hat verschiedene Phasen gehabt, und das war jetzt eine sehr, sehr lange Phase, wo er einfach Urlaub hatte, weg war, und da musste halt wer anders ran, weil es ging halt in diesem Tonus halt weiter. Und, ja, wer das sieht, von Don Lawrence, der weiß, es geht auch nicht so schnell, dass man da mal ein bisschen vorarbeiten könnte, weil es ist wirklich gemäldeartig, was er da aufs Papier sehr oft gezeichnet hat, also es ist eine wundervolle Optik halt. Ich weiß, dass es für viele Jüngere nicht mehr so eingängig ist, aber ich mag das einfach tatsächlich, wenn jemand meisterlich zeichnen kann. also das, also meisterlich in dem Sinne, dass es an Gemäldemalerei ran reicht. Also gibt es ja noch andere in dem Bereich, ganz klar, das ist jetzt zum Beispiel verglichen mit den verschiedenen Graphic Novels, die ich heute vorgezeichnet habe, ja, also das, ich will nicht sagen, das kann ich mir auch noch drauf schaffen, was die da gezeichnet haben, weil ich sehr untalentiert bin, aber das, das hätte ich auf jeden Fall schneller drauf, als das, was Don Lawrence hier halt macht. Und auch seine Fantasie, wie er zum Beispiel Monstren gestaltet, wie er, wie er Flugzeuge, Panzer und ähnliches, was, was dann auf Trägern entwickelt wird, wie man sich das so in den 60ern vorgestellt hat, wie die Zukunft aussieht, das ist einfach ein besonderes, ja, ein besonderes, dreschiges Flair einfach, was ich sehr, sehr mag. Auf wie viele Bände ist die Serie insgesamt angelegt? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit sie das jetzt noch durchziehen werden, weil ich denke, jetzt wird so langsam der Bereich kommen, wo sich zeigen wird, ob die Leute das annehmen, wenn ab und zu mal wer anders zeichnet oder nicht, ich weiß nicht, also es ist nicht so wie bei Herr Forster, also Prinz Eisenherz, dass man sagt, so und so viele werden es jetzt noch sein oder so, das ist da momentan nicht abzusehen. Ich bin auch schon immer sehr interessiert, was im Pandilienforum so steht oder ob dann doch irgendwann der Abbruch droht. Okay, ja gut, wenn es keiner kauft, das ist blöd, ne? Ja, also es ist natürlich, ist so ein Forum repräsentativ halt, also ich sage mal, wäre das nicht demokrativ, dann hätten sie schon lange abgeblasen letztendlich, ja, also das war ja bei anderen Serien, die halt nicht laufen, war das ja auch schon so, also es scheint nach wie vor irgendwie einen Markt dafür zu geben. Schauen wir mal, wie lange es heute geht. Ich bleib dran. Sehr gut, das würde mich auch echt überraschen, wenn du damit aufgehörter bist. Kein Fall. Sehr schön. Also wirklich, ich kenne die Story jetzt ja gar nicht und das ist natürlich auch, sage ich, sicherlich eine, man muss den, das ist einfach altes Science Fiction, wenn man so will, aber rein optisch ist das einfach mega beeindruckend, wenn ich jetzt zum Beispiel auch so Leute mag, wie Alex Ross, die ja auch Gemälde zeichnen, vor allem im Superheldenbereich, wo ich ihn jetzt halt vor allem herkenne. Also ich persönlich finde ich, das ist auch geil. Alex Ross sagt man häufiger mal nach, er würde sehr statische Bilder malen, das heißt Bewegungen stünden ihm jetzt nicht so zu Gemüte. Also es wäre jetzt nicht so sein Ding. Ich weiß nicht, das fällt mir jetzt hier bei den Sachen von Don Lawrence eher nicht so auf. Ja, gut, dann skippen wir den Band einfach und gucken dann beim nächsten wieder rein, falls wir ja keinen Bock haben auf die Zeichnungen. Wobei, nee, besser, wir kaufen alles, damit auch alles kommt. Das wäre noch besser. Sehr gut. Ähm, jo, ich bin dann wieder am Start, hier mit meinem Nester. Und zwar trägt die nächste Graphic Novel, die ich vorstellen möchte, bei der Edition Moderne erschienen, den Titel Der Magnet. Der Magnet ist geschrieben von Lucas Harari. Er ist ein junger Mann, Jahrgang 1990, wo er immer noch lebt, steht hier auf dieser Internetseite. Sehr gut. Und, ähm, worum geht's? Also grundsätzlich muss man mal sagen, Der Magnet ist ein Thriller. Und kommt so ein bisschen in der Stilistik daher, ähm, wie jetzt zum Beispiel ganz aktuell kommt der Film Intrigo ins Kino. Ich weiß nicht, ob man den so in jetzigen Zeitpunkt schon offiziell sehen kann. Der Bundesstaat schon war, ich glaube, der ist noch. Ähm, Also das kommt so ein bisschen daran, rein optisch. Oder, ähm, es spielt in, in Wals, glaube ich, spielt dieser, ähm, spielt dieser Thriller. Und, ähm, das ist in der Schweiz. Ähm, ja, also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel auch den Ghostwriter gesehen hat, das ist auch ein Film mit, ähm, wie heißt der hier, Ian McGregor. Das ist auch so die Richtung, in die das geht, rein optisch. In Wals sehen wir, wie der Pierre, ist ein junger Architekturstudent, ähm, jetzt nicht unbedingt verschlossen, aber auf jeden Fall ein ruhiger Typ, der, ähm, sehr für dieses, ähm, Thema Architektur brennt und sich dann auch im Rahmen seiner Abschlussarbeit mit, äh, einer ganz besonderen Therme, äh, befasst hat. Und zwar ist das eine Therme in Wals in der Schweiz, die wohl, also wenn man sich da auskennen würde, das ist wohl inspiriert von einem Star-Architekten namens Peter Zumto, oder ist mir jetzt kein Begriff, aber ich glaube, wenn man da ein bisschen drinsteckt, dann weiß man, was das ist. Und irgendwie hat er halt, wie gesagt, versucht seine Abschlussarbeit oder eine große Arbeit zu dieser Therme zu schreiben, sich mit ihr auseinanderzusetzen und war dann so drin in dieser Thematik, in der er sehr aufgegangen ist, das hat ihn irgendwie völlig überfordert, er hat das dann alles abgebrochen, gelöscht und hat dann erstmal eine ewig Pause gemacht und dann kommt der Moment, wo quasi diese Geschichte von der Magnet überhaupt erst beginnt. Die eigentliche Handlung ist dann eben die, dass er offensichtlich jetzt Sehnsucht hat und das könnte in dem Fall dann auch den Titel begründen, der Magnet. Er muss anscheinend irgendwie zu diesem, zu dieser Therme, da muss er hin, irgendetwas zieht ihn dorthin und er weiß noch nicht so genau was. Wir haben hier ein riesengroßes Buch, das ist wirklich riesig, auch Halbleinband, 22 x 31 cm, mega dick, er hat auch einen stolzen Preis mit 32 Euro und ist aber voll koloriert und echt hübsch und der junge Mann, von dem ich gerade gesprochen habe, der macht eben auf dem Weg nach Walz und da erlebt er eine ganze Menge skurrile Sachen. Unter anderem, da gibt es, auf wen trifft er denn? Er trifft auf einen alten Professor von sich zum Beispiel, er trifft auf einen, ich glaube, ein Star-Architekt ist das, auf irgendeinen Typen, der Steine sammelt und irgendwie in seine Hütte oben auf den Berg schleppt. Er trifft auf eine junge Frau, mit der er sich da, der ein bisschen näher kommt und alles so plätschert, so leicht vor sich hin, aber immer durch so kühle Farben und durch eine kühle Stimmung gezeigt, ergibt sich irgendwie eine Atmosphäre, die dann eine gewisse Spannung bei mir erzeugt. Und innerhalb von wenigen Seiten ist man drin, dass man unbedingt wissen will, okay, was macht dieser Pierre jetzt eigentlich in Walz und warum will der jetzt zu dieser Therme, was verspricht er sich davon? Die selbst ist wunderschön übrigens, kann man nicht anders sagen. Wenn man sich da, glaube ich, so ein bisschen architektonisch auskennt, dann sieht man hier auch ganz viele einfach Details, also das sind alles zum Beispiel so Latten, das ist so eine richtig typische, ja, wie so eine Sauna sieht das aus, ja, wenn so Latten, so Holzlatten an der Wand sind und er kommt ein Thriller eben, Thriller bedeutet, es sterben Leute und es gibt die ein oder anderen, den ein oder anderen Spannungsmoment auszuhalten und recht schnell wird klar, dass diese Therme irgendwas Besonderes hat, Irgendwelche Sachen gehen davor und er wird gejagt, weil er vermutlich zu viel rausbekommen hat über die Dinge, die in dieser Therme passieren. Und hinzu kommt dann noch ein quasi geschichtlicher Aspekt. Das Ganze spielt eben in der Berglandschaft und dieser Berg wäre wohl, da würde alle 100 Jahre würde dort jemand gefressen werden von diesem Berg. Und da scheint es eine Verbindung zur Therme zu geben. Es ist alles ein bisschen mystisch und kryptisch formuliert, das weiß ich auch, aber ich kann euch versichern, dass es einfach irgendwie, das ist wahnsinnig spannend so zu lesen, was da passiert, wie es ihm ergeht, was die ganzen Leute von ihm wollen, warum er gejagt wird, warum plötzlich auf ihn geschossen wird, wie er teilweise gerade zu dem Tod entrinnt. Und das Ganze sieht eben halt auch noch wunderschön aus. Also das ist vor allem in den Farben Blau, es ist immer sehr kalt, wirkt alles. Blau und natürlich eben auch in Teilen eben auch Rot. Das sind so die wesentlichen Farben, die ich jetzt hier auf die Stelle erkennen kann. Und gerade in Kombination mit den Bildern zum Beispiel in der Therme ist es irgendwie, also das ist schon irgendwie kalt, wenn man das liest. Also ich fand das cool. Und genau, gerade am Ende ist dann nochmal so ein Ding, da gibt es wieder halt eine tolle Sache. Also es ist einfach ein schönes Finale, da will ich auch nicht zu viel verraten. Wir haben einen ganz tollen Panel-Aufbau, hier ist offensichtlich jemand, der Lucas Harari macht sich offensichtlich sehr viele Gedanken um Perspektiven, arbeitet auch mal mit Silhouetten. Er, dieses Ding so, keine Ahnung, so diese Bilder und Geschichten, die im Kopf entstehen. Der Protagonist, du siehst den Protagonisten, er sitzt auf einem Stuhl und zeichnet eine Person, die übrigens später noch wichtig wird. Und plötzlich laufen aus in seinem Blickfeld Leute entlang vor der Person vorbei. Du siehst wieder einen Protagonisten, der offensichtlich erstaunt ist. Und warum ist er erstaunt? Weil die Person, die er gerade noch gezeichnet hat, plötzlich weg ist. Und es sind so ganz viele Suspense-Momente auch drin. Das ist irgendwie cool. Also ich fand das irgendwie einfach schön. Ich habe das gerne gelesen, es hat mir viel Spaß gemacht. Was den Titel selbst betrifft, warum das jetzt gerade der Magnet sein muss, kann ich jetzt nur spekulieren. Interessant ist vielleicht noch zu erwähnen, wie es eigentlich zu dem Comic kam. Denn er beruht mehr oder weniger auf einer wahren Begebenheit, beziehungsweise ist davon inspiriert. Der Protagonist, den es unter Umständen, also den es wahrscheinlich gegeben hat, der hat seine ganzen Erkenntnisse in ein Heft geschrieben, hat dieses Heft an den Vater des Autoren dieser Graphic-Novel geschickt. Und der Vater hat es dann durchgeblättert, hat es liegen gelassen, nicht weiter Beachtung geschenkt. Und irgendwann hat sein Sohn, jetzt eben dieser Lukas, den Namen des Protagonisten irgendwo aufgeschnappt, hat dann ein bisschen nachgeforscht und bekam dann von seinem Vater dieses Heft, in dem die ganzen Erkenntnisse von Pierre, dem Protagonisten, eben erfasst waren. Und hat dann so ein bisschen Recherche angestellt, denn Pierre wird auch vermisst. Pierre ist weg, kein Mensch weiß, wo Pierre ist. Er hat dann noch Kontakt aufgenommen zu dieser jungen Frau, die ich gerade angesprochen hatte, hat die quasi interviewt und hat dann so die Geschichte von Pierre in Walz rekonstruiert. Und das war irgendwie cool. Hat dem Ganzen dann eben noch sehr unterhaltsame, also einfach, ja unterhaltsam klingt immer so lustig, aber einfach spannende Aspekte beigefügt. Und insofern von meiner Seite aus jetzt, glaube ich, die vierte Empfehlung hier, die ich für einen Comic aussprechen kann. Ist natürlich mit 32 Euro echt ein dicker Batzen, aber ein dicker Batzen ist der Comic selbst auch. Also wirklich, das ist ein Brett. Ich habe den jetzt hier in Leipzig in der Comic-Kombo mal in der Hand gehabt, das ist schon echt Wahnsinn. Und ja, kann das also jedem empfehlen, der so ein bisschen Bock auf Architektur hat, der so ein bisschen Bock auf Thriller hat. Es wird nicht zu brutal und zu gewalttätig, keine Sorge. Er ist auf jeden Fall ein erwachsener Comic, aber er wird auch nicht zu explizit. Und würde mich freuen, wenn der ein oder andere zumindest mal einen Blick reinwirft. Jo. Bart, ihr könntest dir das vorstellen, das zu lesen? Klang auf jeden Fall interessant und lieber ein bisschen Neugierde gemacht, als wie es aktuell bei den Tradern der Fall ist, drei Viertel der Handlung zu spoilern. Also auf mich wirkt das wie so ein bisschen Stephen King-Light, nur ein bisschen weniger brutal. Also ja, könnte ich mir vorstellen. Sehr schön. Hast du noch einen Comic generell? Wie sieht es mit deinem Lesestapel aus? Ich will dich ja auch nicht unnötig knechten, die Sachen vorzustellen, die du vielleicht gar nicht vorstellen möchtest. Wie sieht es aus? Wie fühlst du noch parat? Ich hätte entweder das Graveyard-Buch von Neil Gaiman, also die Comic-Adaption, oder den Comic zu Die Stadt der träumenden Bücher, also auch eine Comic-Adaption. Das überlasse dir Graveyard, kenne ich persönlich jetzt schon, habe ich auch schon rezensiert. Das mit der Stadt der träumenden Bücher fände ich ganz nice. Ja, das basiert auf dem gleichnamigen Buch von Walter Mörs. Und wer das Buch kennt, wird da jetzt nicht so viele neue Aspekte drin gewinnen können. Aber dieses Buch ist optisch so gut geworden, dass auch mich das als Altleser umgehauen hat. Und ich gedacht habe, ja, genial, so würde ich das gerne als Film sehen. Da haben sie wirklich einige grafische Sachen ausgepackt und hat mich dann wirklich gefreut, vor allem, weil ich auch Walter Mörs Zermonien-Romane richtig gern lese. Und das hat die Stimmung ziemlich gut transportiert. Das ist, finde ich ja persönlich, ganz spannend. Ich kannte den ja gar nicht so. Also natürlich ist er mir ein Begriff. Walter Mörs ist doch der, der das kleine Arschloch gemacht hat. Genau. Captain Blaubeh oder das kleine Arschloch. Und jetzt hat er da plötzlich, jetzt sehe ich da diesen Comic, der auch an allen Ecken und Kanten Aufmerksamkeit bekommen hat, zumindest in meiner Blase. Und das ist was ganz anderes. Also das ist auch so optisch auch was ganz anderes. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also wie, ähm, kennst du die Sachen, dieses kleine Arschloch, hast du das gelesen? Und generell, du hast jetzt Käpt'n Blaubehre angesprochen. Ja. Ist das alles irgendwie so, also erkennt man ihn wieder? Man erkennt ihn wieder, aber man ist schon wirklich erstaunt über die Art, wie er dann Welten erschafft. Also ich bin damals durch die 13,5 Leben des Käpt'n Blaubehre auf diese Weltszermonien, in der spielen fast alle seine Romane. Und dadurch bin ich drauf gestoßen. Und er hat da wirklich eine geniale Welt erschaffen. Auch wenn dann nicht jedes Buch 100% super ist. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ein neues Buch da rauskommt. Und ich verschlinge die auch also. Ja, ich hätte es ihm auch nicht zugetraut. Und auch sein Mittel, die mörsschen Abschweifungen. Oder in dem Sinne, mythemösschen Abschweifungen findet man da wieder. Das ist, wenn er die Welt so vertieft ist, dass er quasi nur noch am Ausschweifen ist und in Details versinkt. Und das macht er ganz gerne. Das ist dann manchmal in den Büchern ein bisschen anstrengend zu lesen, wenn er dann zwei Seiten lang irgendwelche Dinger beschreibt. Das kann man ein bisschen mit Tolkien vergleichen, wenn er Seiten lang irgendwelche Landschaften beschreibt. Aber es macht eben wirklich Spaß. Und dieser Humor von Walter Mörs blitzt eben durch. Auch wenn man da jetzt nicht in die Derbeschiene fällt. Es ist trotzdem ein sehr böser und zynischer Humor, der da teilweise ist. Und auch wenn das ein bisschen auf kindliche Optik getrimmt wird. Es kann da schon sehr düster werden. Ist das aber ein abgeschlossenes Werk, oder? Es ist ein abgeschlossenes Werk, aber es hat noch eine Fortsetzung bekommen, die nie wirklich abgeschlossen wurde. Also die Fortsetzung, das wurde gesplittet. Da kommt dann noch was, oder wie? Da kommt noch was, aber das hängt jetzt seit Jahren so ein bisschen in der Schwebe, würde ich sagen. Okay. Also bei der Stadt, da geht es um so einen, wie kann man es nennen, um Hildekunst von Mythen. Das ist so ein Saurier, der auch auszieht, in die Stadt der träumenden Bücher, um Autor zu werden. Und da verschlägt es ihn dann irgendwann in die Bücherkatakomben. Und da haust so eine Art Golem. Und da sind dann teilweise auch richtig schöne, zynische Kommentare auch. Zum Beispiel, wenn du nichts kannst, dann werde Kritiker. Wenn du komplett dich ausleben willst, dann werde Autor. Solche Sachen. Musst du dich nachher mal einen Screenshot schicken. Ich habe es leider nicht parat, diesen Spruch. Aber der war wirklich genial. Muss man denn diese Fantasy-Welt kennen, um den Comic genießen zu können? Oder kann jeder ran? Da kann eigentlich jeder ran. Wie schon Michi mal fragt, der würde mir gerne einen sehen, der nicht mit dieser Welt in Berührung gekommen ist, wie der es findet. Aber ich fand, man kommt da locker ran. Alles klar, vielen Dank. Breedstorm, du bist wieder dran. Ja, das letzte Comic habe ich mir auch mitgenommen aus Erlangen. Und zwar ist das After the Shifting von KD. Den ganzen Comic gibt es aber auch online. Ich weiß gar nicht, ob es auf ihrer Homepage namens KD Artistry drauf ist. Wo es auf jeden Fall drauf ist, ist es auf MyComics. Da ist der ganze Comic, also dieses ganze großformatige Heft, was ich hier in der Hand habe, ist da verfügbar. Und kann mich jederzeit lesen, wenn man das möchte. Worum geht es in After the Shifting? Das ist ein Endzeit-Comic im Szenario, wo dieser Teil der Welt, der uns hier gezeigt wird von KD, in der Wüste ist. Es gibt sehr, sehr wenig Wasser. Verschiedene Menschen haben sich zusammengeschlossen und versuchen da in dieser Wüste, nach irgendeiner Apokalypse zu überleben. Dazu muss natürlich Schrott gesammelt werden. Es muss versucht werden, Wasser aufzutreiben und, 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 und. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das haben wir jetzt schon ungefähr tausendmal irgendwo gesehen, Endzeit. Und das Besondere hier an dem Ding ist, dass es eigentlich eine positive Darstellung so ein bisschen ist. Also natürlich nicht, wenn man in der Wüste ums Überleben kämpft und gegen Marodeure, gegen andere Plünder kämpfen muss. Aber untereinander, wenn die dann sich in ihrer Stadt versammeln und so weiter und so fort, ist es einfach ein sehr, ja, sehr, sehr lebensbejahender, positiver Comic. Also es ist jetzt nicht so wie in Mad Max, dass wirklich das meiste, alles, was passiert, endet irgendwie schlimm oder so. Nein, also, und es liegt vielleicht auch daran, dass die zwei Protagonisten, also Kili und Rutgo, das sind Geschwister. Und aus deren Perspektive nehmen wir die ganze Handlung so ein bisschen wahr. Egal, ob sie jetzt gegen Killer drohen, kämpfen oder halt mit der Welt an sich, sie bleiben positiv. Das hat mir da als Alleinstellungsmerkmal hier schon so ein bisschen gefallen. Was natürlich auffällig ist, ich hatte die Katie in Erlangen ja kurz interviewt, ist die große Ähnlichkeit zwischen der Protagonistin und ihr. Also wer sie kennt, sie fällt natürlich ein bisschen dadurch aus, dass sie so einen Sidecut hat, also dass sie an der einen Seite den Kopf anrasiert hat und das hat die Protagonistin hier auch. Die ist dann auch zusätzlich darüber tituliert, mit Bestandesstammstribal quasi. Aber sie hat gesagt, ja, das ist schon bewusst und gewollt und ja, sie setzt da auch, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber sie setzt auch Punkte von ihrer Persönlichkeit natürlich dann auch da mit rein. Das Ganze dann noch so ein bisschen interessanter. Das Ganze ist so, ja, dadurch, dass es online komplett vorliegt, ist es jetzt auch so, warum sollte man das trotzdem kaufen? Also es war auch nicht teuer, fünf Euro oder sowas habe ich das mitgenommen. Aber ich finde es gerade schön, so etwas in der Hand zu haben und ich glaube, für einen Künstler ist das auch eine Bestätigung, dass das, was sie machen, nicht nur online funktioniert, sondern dass die das auch ganz normal quasi verkaufen können. Und das hier ein sehr schönes Exemplar, großformatiges Heft, außen ein bisschen glänzend, aber innen auch sehr schönes, festes Papier. Also wirklich ein gutes Ding geworden. Und ja, es würde mich freuen, wenn das Ganze wirklich dann mal, wenn die Geschichte komplett ist, nochmal als Hardcover oder ähnliches rauskommen wird. Wenn du sagst, Geschichte komplett ist und es ist eigentlich komplett online, heißt das, dass da jetzt immer wieder ein neues Panel kommt oder eine neue Seite kommt oder wie ist da jetzt aktuell der Stand? Das geht wohl weiter, ja. Also das ist quasi die Handlung durch die Länge des Heftes etwas unterbrochen. Es gibt noch so ein paar Erklärungen, wo der Rest zu finden ist, wo man sie meinetwegen Perpetion unterstützen kann und so weiter und so fort. Also es ist quasi aus dem Fluss rausgenommen. Aber ich finde es, wie gesagt, sehr schön, gerade wenn man so auf einer Messe ist, wie es Erlang ist oder auf andere Comicveranstaltungen so etwas dabei zu haben und einfach so ein bisschen zu zeigen, was auch geht halt. Also es ist bestimmt auch gut geeignet, wenn man irgendeinen Verlag hat, um da eine kleine Vorstellung zu machen halt auch. Aber es ist interessant, wäre es nochmal zu erfahren, wie es sich generell so verkauft, weil sich ja in letzter Zeit doch sehr oft herausstellt, dass die Sachen, die online gebracht werden, sich trotzdem sehr, sehr gut verkaufen. Obwohl man ja eigentlich davon ausgehen würde, ja eigentlich kann es jeder so lesen, warum sollte sich jemand das kaufen. Aber offenbar ist das wahrscheinlich doch so ein Schlüssel zum Erfolg so ein bisschen. Wie wir es zum Beispiel bei Masso gesehen haben. Also das war ja auch zwischendurch schon mal wieder ausverkauft und so. Und auch das liegt ja, glaube ich, komplett online vor. Ja, ich glaube aber, das lag komplett online vor. Und dann, also ich denke, dass ich mit Masso habe anfangen wollen, aber es eben also zum Beispiel auf TipTastic nicht mehr komplett da ist. Also es kommt quasi wieder so ein Stück weit. Weißt du, also jetzt quasi parallel nachträglich wieder drauf. Immer mal eine Seite. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch komplett online zu finden ist. Jetzt zuletzt bei der Olivia Fieweg von Endzeit. Da hatte ich auch gedacht, es wäre ursprünglich komplett online gewesen. Aber dem ist auch nicht so. Es sind halt, ich glaube, 40 Seiten oder so von dem kompletten Ding online. Obwohl das ihre Arbeit, die Bachelorarbeit, glaube ich, gewesen ist. Und da jetzt also auch schon ein paar Jahre vergangen sind, seitdem der eigentlich abgeschlossen ist. Ich glaube, manchmal ist es so, dass die tatsächlich das Ding quasi fertig machen, online stellen und da eine Community haben. Dann geht es zum Verlag. Dann sagt der wiederum, hier, das kann dann aber so erstmal nicht bleiben. Und dann beginnt man quasi bei der Webveröffentlichung von vorn. Optimiert vielleicht noch ein bisschen, macht die Farben hübsch oder dieses Format oder so. Das wäre ja auch nachvollziehbar, sage ich mal. Dass es auch so eine Art Mehrwert hat. Ja, durchaus. Es ist halt, wie du schon sagst, du hast ja ganz recht, meine ersten Gedankengänge waren ja auch, man würde sich da quasi selbst den Markt kaputt machen. Aber ich zitiere die Jungs relativ häufig, aber der Heiko Hörnig zum Beispiel, der auch bei Carson zusammen mit dem Mars Pavlitz da diesen House Divided veröffentlicht, der sagt ganz klar, das sind zwei verschiedene Märkte. Dem Grunde nach will der eine sich eben da was in der Hand halten, will das eben lesen, dem anderen genügt es, es auf dem Bildschirm zu lesen. Und dann gibt es Leute, die sind eigentlich Fans der Bildschirmvariante und wollen aber zur Krönung dann zusätzlich nochmal das gedruckte Paperback haben. Also ich glaube auch nicht, dass man sich da zwangsläufig den eigenen Kundenkreis weg verschenkt, wenn man das online stellt. Schön, aber ob es Masu jetzt wirklich gibt, also ich weiß nicht, ich glaube es ist aktuell nicht mehr online. Das ist ja auch immer so ein Ding, wo findest du die Leute? Auf diesen Plattformen oder auf ihren eigenen Seiten? Keine Ahnung. Ich habe da auch einen Vergleich, da hat das bei mir auch funktioniert, bei Ingo Römmlings Survivor Girl, das war ja auch alles online. Und trotzdem habe ich mir da diesen Band, einfach weil er dieses schön trashige VHS-Format hatte, als würdest du einen alten Horrorfilm in der Videothek kaufen. Also das hat mir dann auch Spaß gemacht, das nochmal in gedruckter Form zu lesen oder gebündelt vorzufinden. Sehr gut. Ich würde dann hier jetzt gern zu meinem letzten Comic kommen, damit wir hier auch nicht zu lang werden. Ist ja auch schon spät draußen. Und zwar würde ich gern wirklich nur ganz kurz sprechen wollen über Doom Metal Kit. Doom Metal Kit, das kriegst du übrigens noch, Breedstorm. Das wollte ich dir ja letztes Mal schon mitbringen, als ich bei euch eingeladen war, nur leider konntest du da nicht. Das habe ich dir mal versprochen. Das ist eine aus Österreich stammende Serie. Und da auch schon mal Disclaimer, denn der Autor Michael Liberatore hat im Rahmen von einer Spendenaktion für den Telestammtisch da auch mal ein paar Euro beigesteuert. Das will ich als Disclaimer in dem Fall nun mal gesagt haben. Denn ich bin im Grunde nach nämlich sehr angetan, Überraschung, sehr angetan von der Reihe, die jetzt demnächst den zweiten und abschließenden Teil bringen wird. Da gibt es wohl auch wieder eine Kickstarter-Kampagne, die da kommen wird. Und da könnt ihr euch nochmal drauf freuen. Doom Metal Kit. Worum geht es in Doom Metal Kit? Das ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, denn so allein vom Setting und vom Genre her ist da alles drin. Da ist so ein bisschen Dystopie drin, da ist ein bisschen Western drin, da ist ein bisschen Fantasy drin. Zombies sind dabei. Es geht auch um Drogen. Also ihr merkt schon, das komplette Portfolio der guten Laune wird hier abgefeuert. Und deswegen haben wir gerade zu Beginn, wird uns eigentlich die Welt viel vorgestellt. Es kommen gar nicht so wahnsinnig viele, ja einfach, es wird nicht so wahnsinnig viel erstmal an Handlung gezeigt, sondern viel einfach, ja, Einführung. Also Exposition, glaube ich, sagt man. Und das ist ganz spannend. Es gibt da einfach, ganz einfach total unterhaltsam. Und es entwickelt sich im Laufe der Zeit einfach offensichtlich so ein Kampf eines Protagonisten mit einem ziemlich coolen Hut, der viel raucht und eine Brille trägt. Gott, wie heißt der? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall kämpft der dann mittel- bis langfristig gegen Monster und Aliens. Und es ist einfach total blutig, es macht mega viel Spaß, es gibt Dämonen-Action und es ist, glaube ich, auch, also wenn man dazu eine Runde Black- oder Doom-Metal hört, dann hat man, glaube ich, so die optimale Atmosphäre beim Lesen. Und, yo, viel mehr will ich gar nicht verraten. Es sieht fantastisch aus. Es ist wahnsinnig gut koloriert. Das macht auch nicht irgendwer. Das macht hier in dem Fall, ähm, Baba, wo ist es? Die Inks sind von Andi Parr. Ähm, Text und Pencils von Michael Liberatore. Und, ähm, Farben und Glättering sind von Hannes Kiengrabe. Jetzt habe ich sie alle erwähnt. Ähm, das ganze Ding ist, glaube ich, grundsätzlich recht gut angekommen. Es gibt nur ein wirklich nicht, also muss man schon sagen, ein wirkliches Problem. Und daran kann man sich ziemlich aufhängen. Gerade, wenn man zum Beispiel sich selbst als Feminist bezeichnet. Und zwar ist das die Rolle der Frau. Das muss ich an der Stelle mal kurz anschneiden, denn in dem kompletten Comic gibt es exakt eine Frau. Die ist auch quasi hier so ein Zombie. Aber sie ist sehr eindeutig als Frau zu erkennen. Äh, weil sie einfach nackt ist und quasi nach vorne gebückt. Und, ähm, natürlich was muss man, also, auf jeden Fall vergewaltigt dann einer im Drogenrausch diese Zombie-Frau. So, das ist jetzt so grob der, und das ist die einzige Frau in der ganzen, in der ganzen Story. Und alles, was sie zu tun kriegt, ist es, äh, vergewaltigt zu werden. Und da kann man sich natürlich ganz schön dran aufregen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Da hoffe ich, dass da im zweiten Teil deutlich, ähm, also von Abstand genommen wird. Und auf jeden Fall die Rolle der Frau, dass das irgendwann, also, da muss noch eine 180-Grad-Wendung passieren. Sonst, dann fahren sie da gegen eine große Wand. Das täte mir doch sehr leid, denn rein von der Optik her und vom Design her ist die Serie großartig. Die Story selbst ist auch in Ordnung. Warum man die jetzt nur auf zwei Hefte reduziert, weiß ich nicht. Aber, ähm, könnte mir da vieles vorstellen. Nur eben dieser Aspekt, der muss auf jeden Fall noch ein bisschen, ähm, ja, optimiert werden an der Stelle. Also, äh, guckt da mal rein. Da gibt es auch ein paar Leseproben oder zumindest Bilder online. Ganz zeitnah kommt da eben auch die neue Kickstarter-Kampagne an den Start. Und, ähm, ich weiß nicht. Ach, guckt da mal rein. Ist einfach schön. Die Farben, das Coloring, das ist schon nice. Ähm, jo. Padik, willst du deinen letzten Comic jetzt noch machen? Ähm, könnte ich machen. Und ich habe eben auch das Zitat nachgeschlagen. Einfach, weil ich das so cool fand. Und bevor ich dann irgendwie so was Halbgares da stehen habe, diejenigen, die besser schreiben können, als die anderen, nennt man Schriftsteller. Die, die besser schreiben als die Schriftsteller, nennt man Dichter. Und die, die besser schreiben als die Dichter, haben den Zugang zum Orm gefunden. Also, der Orm, das ist sowas wie die Mose in Zermonien. Und die, die gar nichts können, nennt man Kritiker. Ja, gut. Ahm. Das ist so dieser Humor, den Walter Mörs in diesen Zermonien-Romanen immer wieder mal trifft. Und deswegen macht das Ganze auch so Spaß. Und weil das, in dem Comic ist es schön realistisch gehalten, aber in den Büchern ist es eben so eine Mischung aus Cartoon und Fantasy, was das so ratsvoll macht. Mal so als Abschluss. Mhm. Und dann reiße ich jetzt noch mal das Graveyard-Buch an. Das wurde von den Gamern geschrieben. Kennt man durch Sandman, Marvel 16 R2, American Gods oder sonstigen. Also, er hat da wirklich sehr viel geschrieben. Und das Graveyard-Buch war für mich so ein bisschen wie eine Horror-Version von das Dschungelbuch. Ein kleines Kind findet sich am Friedhof wieder, nachdem die Eltern ermordet wurden. Und wird dann in der Gruft von einem Vampir und einigen Geistern großgezogen, bis er dann irgendwann zu neugierig wird und anfängt, die Welt für sich zu entdecken. Und ja, wie man es von den Gamern gewohnt ist, er hat das wirklich immer wieder super geschrieben und macht Spaß zu lesen. Und auch die Zeichner, die wechseln sich ab, aber treffen dann die unterschiedlichen Stimmungen, die das Kapitel auslösen soll. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was du damit meinst? Also, wenn er, wenn der Nobody, wenn dieser Charakter Nobody, in dem Buch eben altert, anfangs sieht das ein bisschen cartooniger aus und je älter er wird oder wenn es düsterer wird, dann ist auch der Stil ein bisschen von einem Zeichner, der auch ein bisschen mehr ins düstere gehen kann, gezeichnet. Hat es den Bezug zu den anderen Game-Man-Sachen, die man so kennt oder ist das freistehend quasi? Das ist freistehend. Das ist so eine in sich abgeschlossene Fantasy-Story wie auch Stardust oder Good Omen. Also kann man unabhängig lesen. Also man braucht nicht die gesamte Sandman-Reihe zu kennen, um das irgendwie in den Chat zu können. Aber Sandman ist eben das, womit er in Verbindung gebracht wird oder dass er bei Dr. Who ein paar Storys geschrieben hat. Mega. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte gefühlt noch tausend Sachen, die man hier ansprechen kann und ansprechen müsste. Vielleicht werden wir das an irgendeiner Stelle nochmal wiederholen, gerade weil es doch einige auch aktuelle Veröffentlichungen gibt. Ich hatte von Batman gesprochen, da könnte man eigentlich über tausend Sachen reden. Ich hatte ein Crossover angeteasert hier von der Justice League und den Power Rangers, das ich gerade lese. Das ist auch... Das war das mit den vielen Hashtags. Ja, das war das mit den vielen Hashtags, genau. Das war einfach keine Spannung, keine Handlung, kein Text, aber viel Action und auf jeden Fall was zum Gehirn ausschalten und dabei einschlafen. Genau. Aber das will ich jetzt gar nicht weiter ausholen, denn ich denke, wir sollten in der Form auf jeden Fall irgendwann einfach nochmal zusammenkommen über Comics, reden. Ich glaube, das macht an der Stelle deutlich mehr Sinn, denn wir haben jetzt hier auch schon einiges an Zeit zusammen. Wenn ich gucke, wir sind hier bei knapp über zwei Stunden und ich glaube, wir haben hier einiges abgerissen an wirklich tollen Empfehlungen. Ich glaube, da war jetzt nichts dabei, was jetzt wirklich schlecht war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und finde ich gut. Breedstorm Patrick, ich danke euch vielmals, dass ihr heute dabei gewesen seid, euch die Zeit genommen habt, mit uns ein bisschen über Comics zu plaudern und da auch das eine oder andere zu rezensieren. Ihr da draußen seid herzlich eingeladen, uns Feedback zu hinterlassen, sei es auf Facebook, Twitter, Instagram, auf dem YouTube Upload oder auch in dem geheimen, ominösen Blog, den ich da irgendwo draußen in diesem Internet versteckt habe. Da könnt ihr uns ja einfach Kommentare hinterlassen, ihr könnt das liken, ihr könnt das teilen und ich würde mich freuen, wenn ihr irgendwann die Gelegenheit nutzt, selbst mal daran teilzunehmen, hier am Tele-Stammtisch an der offenen Runde, wo jeder seine Themen selbst mitbringt und wir eine Runde über eure Themen plaudern und gucken, was passiert. Ja, und nochmal, Jungs, vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Adios. Adios. Applaus